Für die Legendary Preplay. Oh, du siehst voll cool aus, Jammer. Ja, auf geht's. Mittlerweile habe ich mich an mittlere Amor gewöhnt, ne? Geht gut? Jo. Man gewöhnt sich halt dran. Jo. Hallo, Fabian. Du bist der Erste. Nur wir beide heute, Bruder. Nur wir beide. Aber im Prinzip können die hier nichts. Aber wir müssen noch näher dran, damit wir wissen, was wir machen. Nero. Ich glaube, die Quest wird jetzt aktualisiert, wenn wir da dran sind. Nach dem Tod passt aber... Hä? Hä? Ui. 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 Wo ist heiltränke, Jammer, ne? Ja. Ne, mana. Mana und heiltränke. Weil ich mich immer selten heile. Da kann ich gleich geben, dann wird's. Hallo, Marv. Wo gehst du? Die ganze Scheiße kannst du übrigens am Ende haben, Alter. Ich hab alles voll damit, Alter. Okay. 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 Hallo, Therese. Hallo, Inc. Und jetzt ist Randy. Danke schön für die Wiese am 17. Warum hab ich das nicht gehört? Aber ich, ich sag dir das jetzt schonmal, Jammer, ne? Wir müssen hier wahrscheinlich 50 Dinger töten. Joa, ich hab eh nix zu tun, dass Jack nen Tank gefunden hat. Das ist das, was wir grad machen, ne? Was der Jack auch machen wollte. Oh, der sagt, wir brauchen nen Tank. Sehen wir gleich. Ne, ne, das... Wir wollen nach League Warth, ja. In das große Gebiet. Und da brauchst du Tank. Und wenn ihr das jetzt mit der Prinzessin bekommt am Ende töten, dann ist das die Prinzessin, die wir eben getötet haben, Jammer, ne? Ganz am Ende, für diese drei Truhen. Und ja. Musst du nicht unbedingt mit Tank. Also haben wir später auch. Wir hatten aber Leute mit Heavy Armor. Das ist ja nur ein 60er Elite. Von, äh... 65er, 65er. Hallo Schweini, hallo Memo, Krise, hallo Ursas, hallo. André, hallo und Sven Celinski, hallo. Ich dachte, ich bin mit Fabian heute allein um die unchristliche Zeit. Ach, Daniel, du verpasst doch eh nichts. Ich bin jetzt die Zeit noch unchristlich für uns. Du musst gegrindet werden, aber ich bin süchtig. Ja, Jammer, der passt zu deinem Outfit. Ja, Jammer, der passt zu deinem Outfit. Hier kann man übrigens Waffe leveln, ne? Heizt ihr mich, Jammer? Ja, ich spiele jetzt auch ein paar Mal, wenn man nicht für die letzten zwei Level noch voll machen kann. Hey. Hey, Guys. Hey, Guys, it's Nicole. Ja, und ich weiß nicht, wie das zu meinem Outfit passt. Der Titel von dem Lied. Achso. Bist du mit Gabagandalfs ist auch aus? Wo war denn in den Einstellungen, dass man die Namen kleiner machen konnte? Boah. Kleiner machen? Ja, ja, du konntest die größer machen und kleiner. Wo war das? Unter Erreichbarkeit? Bei was? Nee, 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 das ist Textgröße. Ach doch, hier. Normal. Textgröße. Gut. Das gefiel mir am Anfang unter Erreichbarkeit. Wo geht's? Das sieht zwar da ein bisschen blurry aus, die Schrift von den Namen und so, aber die ganzen Helfdinger sind nicht so groß. Und Abra, 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 Dankeschön für den Wiesler und Dritten. Ich glaube, ich wechsle auf Utgab. Meine Vögel helfen nicht und machen nur allein. Ja, dann komm her. Oder wir haben Platz. Wenn du Tank bist, mit Kuss dann sogar. Wenn du Tank bist, mit Kuss. Hallo Chris. Hallo Space Pirate. Ab Mittwoch soll der Transfer möglich sein. Ja, nächste Woche. Hey, warte mal, ich wechsle auch auf einmal eben. Boah, Ab Mittwoch habe ich dann sogar Dinge zum Personal Tank. Ja, warum tankst du nicht? Boah, ich habe glaube ich ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, das sind Freundschaftsdreck kaputtgekriegt. Die mussten erst wieder aufgebaut werden. Wie meine es? Ja, was heißt das, Jack? Weißt du, wir erinnern mich so eine dunkle Zeit als Paladin. Ja, ja. Wir wollen uns jetzt ein bisschen was nass, meinst du? Ach. Schweig. Ja. Ja, klar, da ist die Freundschaft immer noch nicht ganz gebunden. Nee, Reece tankt nicht mehr und Beatty tankt auch nicht mehr. Wir brauchen für die Elite Gebiete unbedingt einen Tank. Also hier ist es nicht jetzt doch gewechselt. Naja. Ja klar, das Ding ist halt, der ist die ganze Zeit solo unterwegs. Da hätte ich auch keinen Bock, die so als Tank rumzuhören. Ja, und spielt auch alleine. Wie, jetzt erst anfangen in Gruppen zu spielen. Und da begaben Dankeschön, du bist am 10. Okay, kurz schon, warte. Wir haben den dicken gepullt. Also wir haben sie zu viert eben gelegt mit normalen Healer und zwei Heavy-Ammortiven. Vielleicht habt ihr auch Glück, da sind eh Leute. Wie gesagt, das ist eh nur ein 60er Gebiet. Du bist der einzige Tank, ja. Das ist schon 60, ich glaube schon, ne? Geh, lass die ganzen Kleinen alle holen. Oh mein Gott, und? Pass auf, lass so ein Dings. Wir müssen weg da. Das ist so eine Tentakel, ne? Leon? Ja, ja, ja. Aber die schießt nicht. Ah, die schießt auf dich. Ja. Oder Jamal kann da weg sein, ich weiß es nicht. Ja, du musst die nicht mal aufheben, damit die für dein Personal Gears gut zählen, ne? Ja, die Quest-Iteams. Achso. Ja. Hier ist eh die Tour. Ich hau hier auf die Kalkum, Alter, aber ich dachte, das wird halt Diggi gerettet. Au. Oh, Jamal ist tot. Ja, ich will den hoch. Alter, du. Hast du kein, du bist, hast Leit-Armor an? Ja, ja. Damit ich mir enturschen kann, weil, ja, wenn mir das schwer geht, halt schlecht. Nein, wir holen nicht davon. Schau mal, ich bin nie wieder leicht an. Sieh keine leichte Arme an, Junge. Nein, nein. Das hat nur Rekal-Kommerz gestorben. Schau, wenn du mit Arme an hast, ne? Jamal, musst du hier nicht mehr dodgen. Hier ist ne Truhe. Hier ist die Chess. Mach mal nach. Make-out-Hill-Dang-Schüpfel-The-Wees-Tub im 26. Geile Sau. Hallo Kobo und hallo Oma und hallo. Wer ist noch da? Jak ist da. Adesso und Team-Speak. Hi. Das Ding ist aber, wenn ich dodge mit der leichten Rüstung, kann ich halt öfter dodgen und dadurch besser heilen. Du brauchst aber nicht dodgen, weil du gehst auf Heavy-Armor, du glaub mir. Du kannst überall drin stehen bleiben dann. Ja, ich weiß, aber wenn ich dodge, heile ich 15% mehr. Was ist denn das hier? Da ist ein Busch. Ja, aber der dodged ist ja auch, also du dodged halt auch nicht mehr so krass weit, wenn du Heavy hast. Dann machst du ja nur so einen Zeit-Step. Ja, ja, ich weiß. Du kannst, warte mal, bleib mal stehen. Da sind Thronen. Dodge zweimal nach vorne, mach. Ja, du sollst nicht laufen dabei, Junge. Dodge einfach zweimal nach vorne. Jetzt bleib stehen. Und das ist Dings, ne? Wer ist weiter als du? Mit Mid-Armor? Ich. Darum sind Thronen, ne? Aber zum Moven bringt das jetzt nix mehr, oder? Mit Mid-Armor-Rollen. Ne, ne Rolle bringt das nicht, aber... Nein, ich mein Geschwindigkeit. Ach so, doch, klar. Okay. Das ist halt ein Stückchen langsamer nur. Hallo, Shorty. Und hallo, Hennephan. Und Blitz-Like und Dieter. Das geht. Das ist übrigens irgendwie eine komische... Irgendwann. 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 Wir haben die Waffenquests. Das kann ich gleich mal zeigen. Also der Leon und ich, Jammer, hilft uns für die Waffen hier. Die hab ich gestern geholt. Da war ich voll im Grind. Coole Kerze, by the way. 40 Euro. 10 CF. 10 CF. 10 CF. 10 CF. 10 CF. Hier ist der Kassel. Ich habe Holzsacken jetzt auf 200. Oh mein Gott. Muss ich auch noch machen. Und einfach 1265 von diesen epischen Lebensdistenzen. Und wenn ich die für drei Tage in Zaha stellen würde, müsste ich mir Gold schnurren. Was hast du? Rüstung bekommen. Welche Rüstung? Ich weiß nicht, ob du die brauchst. Hier. Ach, vergiss es. Kann nicht gehandelt werden. Scheiß auf. Das ist doch so schlecht, ey. Warum kann man das nicht handeln? Weil manche Items du nicht handeln kannst. Ja, hier sind noch andere Spiele. Warum ist er denn, Alter? Hier, bei der Ranke. Wer ist er denn, Junge? Ja, das ist hier, wo das Erd verpackt war. Da ist auch eine Elite. Warte, ich will mir den einmal angucken. Wir müssen zuerst die Ranke besiegen und danach verschwindet der Große da. Die müssen wir nicht töten. Ja, um an die Truhe daran zu kommen, schon. Welche Truhe? Wo? Unter der Ranke. Unter der Ranke ist eine Truhe. Weiß immer. Jo, aber wir sind zu dritt. Hau ab. Ja. Wir sind ein bisschen aus wie Diablo. Jo. Stimmt. Wir sind ein bisschen aus. Rechts, rechts im Truhen, ne? Äh, ne, ist schon ein Dokument. Magst du mir gleich deinen Hammer zeigen? Das ist aber eine sehr perverse Folge. Mein Freund. Was denn? Die Waffe? Alle machen sie jetzt einen Wiggly Mouth. Ja, 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 ja. Halente, kann ich schlecht sagen. Die Sirenenlager sollte sehr gut sein, übrigens, für diesen Watermark-Akosch. Das ist so ein Sirenenlager. Da sind zwei, äh, zwei Bosse, die sehr schnell neu spawnen. Die sollen sehr gut sein für den Watermark-Akosch. Na, bei euch oder was? Nein, 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 nein. Aber ich glaube, in Rekwocker ist das. Hast du das Statement von Papa Stay gesehen, warum er kein GTA-RP mehr spielt? Ja, ich habe gestern, ich war gestern beim Dembeim-Stream. Und da war bei der Series, der hat ein bisschen davon erzählt. Aber, nee, noch nicht gelesen. Hat er eins gemacht? Den ich dann zuerst hatte. Das ist ein Video. Ha, können wir nachher mal drauf verwecken. Da ist das krank. Also, was ich mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob alles stimmt. Aber, was ich so mitbekommen habe, ist absurd, hier auch. Was wir zu machen. Da kann der Winch hier nicht mal die Ration-Pommes machen. Ach so. Ach so. Oh, mir nachher. Das zieht doch nur wieder Schmutz an. Was denn? Oh. 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 auch schon mal pullt den honor die muster was großartig wo wird dadurch schmutz angezogen hier in den kauf dem kanal scheiße auf die leute die da irgendwas kennst du wollen junge wollen die kenne wenn er bei mir nix gibt ich glaube ich habe das richtig verstanden das ist die geil mit dem rollkrieg alt tege Okay. Er hat dir einfach mal vor, du gehst irgendeinen auf den Sack, weil er in einem Spiel den Afro-Maincanchen-Charakter zackt. Ich hab deine Partner schon alle informiert. Mich kann keiner umbringen oder töten, wenn ich mich selber töte. Ach komm. Ich will selbst was besiegen, was kein Leben hat. Wenn einer was zu klein hat, soll er eine New World Pummel kommen. Und da gibt's nen Gong. Zukunftige Partner auch schon informiert. Das Gute ist, zu meiner Person gibt's kein Gesicht. Deshalb kann ich, was das betrifft, ne Meinung zu allen haben, weil keiner weiß, wie ich aussehe. Ich als Afro-Amerikaner könnte das sagen, dass ich kein Problem damit hab, dass der in den Afro-Amerikaner im LP spielt. Du musst kurz farmen, ne? Ich hab, aber ich fühl mich dadurch nicht angegriffen. Ich bin ganz ehrlich. Ich find das sogar gut. Da ist noch mehr, Jammer. Ja, aber ich hab hier, oh mein Gott, geht doch weg von mir, warum auch nicht? Und diese Boys, die sich für mich einsetzen und meine Kultur, sollen die Schnauze halten. Ganz einfach. Essen, bis nachher, tschüss. Hallo, Bizzle und hallo, Max. Guten Morgen, meine Sonnenfreunde. Ich bin zurück. Aus dem Greetings from back from sunny California. Amalak, ey, was? Stell die Pflanzen hier rum. Ja, schön. Ähm. Alter, wir müssen uns bis dahinten durchkämpfen. Wir können da einfach durchlaufen, ne? Und dann irgendwo hochklettern. Komm, das machen wir auch, das ist Natur. Warum? Lass sie doch, lass sie doch killen. Können wir auch machen, egal. Kannst du auch Warte machen. Junge, Demba, bitte fix dein Mikrofon, Alter. Bitte, bitte. Was ist passiert? Ja, das klingt die ganze Zeit so, als ob wir so gegenschnipsen. Ist noch eure Kalkung. Achso, ja, ich war im Kabel unten dran. Sorry. Hallo, ich möchte alle Hobbylosen grüßen, die es sich zum Hobby gemacht haben, für das Fisch zu gucken. Wieso hast du an? Ich erinnere dich dran, ja, ja. Sonst hab ich kein On-Air-Ding. Ich erinnere dich dran, wenn wir wieder LP zocken müssen. Ich muss sehen. War der erste Krieg mit Warschief Demba. Ich hab die PvP-Action gestern gesehen. Und wie Shorty rumgeweint hat. Und alle anderen auch. Deswegen wurde ja nach mir gefragt und nicht nach den anderen. Stimmt, Demba ist Warschief gewesen. Hallo, Primetime. Meine unzerstörbare Moral hat den Gegner gebrochen. Oh, Harley Quinn, hallo. Achso, auch an der Stelle. Hallo, Chats von Curtis. Ich will euch grüßen. Ohne Voice-Crack. Weil ich bin erwachsen. Und aus dem Moment aus dem Bauer vor Ort. Angeschlichen ist der in meinem hohen Gras. Ja, ich hab zugeguckt. Ja, Mann. Schon gut, hatte gestern Spaß. Hatte es. Ja. Ich bin halt so ein Typ. Mit dem willst du in Krieg ziehen. Was ist das mit dir? Ich hab halt gebraucht. Was ist welchen Film war dann, Oma? Flucht der Karibik. Und jetzt ziehen wir die Krieg. Das war Lord of the Reed, Junge. Erwachsen, sagt er. Ja, ist so, Oma. Voice-Cracks sind weg. Gucken, ob 40 Euro-Spiel funktioniert. Ja, wacke. Wo sind die hingegangen, die Welle? Keine Ahnung, Junge. Warte mal, warum geht es eigentlich in den Nahkampf? Ah, du bist Paladin, ne? Die pullen wir jetzt alle hier, Alter. Das ist Hammer-Level. Ne, warte, erst den. Okay, wir haben alle gepullt. Ich kenne jetzt wieder Augenzucken dabei. Ja, ihr macht das dann, ne? Ihr zieht das nach vor. Ich geh wieder, Wolke, Junge. Dieses Donner ist so geil, ne? Äh, Jamar? Ja, du hast noch ein halbes Leben, alles gut. Ich kann eh nicht sterben. Also wegen Bersi. Da hast du drei Sekunden Zeitfenster mich zu heilen. Also, in der Fünfergruppe rasierst du? Boah, lass die alle pullen nach vorne, guck mal. Boah, Bruder, das knallt jetzt. Sag mal, du hast einen Blick auf mich, ne? Ja. Sannst du zuerst? Oder so? Ich dann? Ja, ja. Rein in die Pommes, Junge. Wie viel XP geht man denn? Für die Waffen. Boah, Junge, 400? 500 nur was? Boah, 1000 XP fast. Oder noch mehr. In, yeah. Keine Schmählereien. Boah, das hat geschmeckt, Alter. Hast du Mana, der? Ach, der war wohl schon so. Ja, klar. Gibt es eine Art Invading für die Gilde? Den Jack anschreiben. J, X, X, K. Oder einfach J, A, C, K. Auch bekannt als. Aua. Smoke Lord. Er kann sogar ein eigenes bieten, World of Warcraft. Festliche Pests, dann noch. Hallo? Ich bin hier in Ruhe am Essen. Ich werde geflamet. Ja. Bist der Paladin. Gibt ja eine Höhle, das sind Champion-Mobs, die mit den silbernen Rahmen, da kann man in einer Gruppe mit zwei Leuten immer im Kreis drin und super seine Waffen-Skill. Brauchst du mir nicht schicken. Alles gut. Der beste Platz ist hier, wo wir gerade sind. Also einer der Plätze. Was wollte ich denn skillen? Ich bin hier in Ruhe. ich habe nur 2000 kalt warten sind ultra teuer habe ich grad gesehen wo kriegt man die her wahrscheinlich beim angeln oder der zirkussen aber hatte nur der punkte der tipp macht keine litte chestruns wird mehr als 200 leuten unser service deswegen gestern gecrasht ich glaube warte mal bei den elite gebieten ist das eh so dass wenn du mit zu vielen leuten da bist und zu oft abfarmt hat gebiet irgendwann kein loot mehr gibt es dauert bis man die ganze erreicht aber ich muss wirklich immer wieder sagen optisch macht das spiel echt schon was also die anzahl der leute ist egal weil du selber halten die mehr leute da sind so weniger gut ist das aber du kannst nicht im gebiet leer farben sondern du farm ist für dich persönlich leer ne das nicht aber allen aber alle in dem gebiet werden gekickt und dann ist fast alles da und wir machen aber dann nur die kiste bei bosse macht keinen sinn das stimmt aber die kiste kannst du auch nur 24 stunden jedes mal also die elite dinge das haben wir zum beispiel noch gar nicht gemacht also ich zumindest noch nicht hier ist kleiner mini boss machen wir das jetzt mal an im sieben ich weiß doch nicht wo genau das ist ich habe nur gerade leute gesehen die auch dafür gesucht haben so ein lager ob es episch ist ist ready ja ja aber besser nicht noch ne ist nicht okay bei habe die 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 Warum macht er nichts? Das Spiel kostet 40 Euro. Das Spiel kostet 40 Euro. Wenn das 45 Euro kostet, hätten die noch einen Bosse, die ist dazu gefügt. Der droppt ja auch irgendwas? Grünes Zeug, ja. Hier ist keine Kiste, nix? Ja hier, ne? Hier vorne ist er wahrscheinlich eine. Ja, hier. Oh. Nein, nein. Nein, nein. Tag in der App, Mauli. Ist der Mauli eigentlich schon 60? Was willst du denn mit den Mops machen, John? Ich hab doch eure Quests oder nicht da mit den ganzen Mops. Ja, wir müssen nur noch die Hype-Face Toss in Köln. Sollen wir den auch machen? Kann ja. Der sieht interessant aus, ja. Oh. So sieht's interessant aus, schon mal. Danke. Danke. Was, wenn wir von dem mal Fresse kriegen? Egal. Machst das Stream aus, dann machst du irgendwie weg. Da vorne sollte ein Zelt sein. Den kann man auf jeden Fall nichts haben. Das Feld ist weg, okay. Der kann gehen, nix. Aber ihr macht das schon nicht. Komm mal hier auf. Also ich bin Stufe 30 jetzt. Heute werde ich mit noch mehr Selbstvertrauen in 4vp gehen. Vielleicht kommt ne Ranke. Echte? Ich wollte lieber nicht auf, nein von Scherz. Ich warte die Mal, ich weiß es nicht. Könnte sein, so ne kleine Ranke gleich. Da sind zwei Ärzte, oder? Oder irgendwas ist da drunter noch? Äh, Ivan, Dankeschön für die We-Sub im 12. In ein Jahr, Bruder. Ja. Oh, küss dir, Bruder. Dankeschön. Und heil, Kallo. Da ist eh nix drin, weil Water mag halt absolut los. Ja, das ist ne grünes Zeug drin. Oh, ich hab das Steinmeerzent gefunden. Mit Stärke? Da ist nicht Stärke drauf. Und heute PvP der Magnutsch. Warte mal. Warum habt ihr hier gepinkt? Keine Ahnung. Nein, war falsch, war falsch. Falsch. Das war dann der PC gewesen. Erste Chance werde ich wagen. Eigentlich ist es doch voll geil, wenn du Leder und Fleisch brauchst. Das sind in den Anfangsgebieten. Also an der Küste immer, wo du startest. Einfach die zwei Wildschweine da. Aber du kriegst halt nur zwölf Leder, ne? Gut, aber dafür rennen ja massig welche rum, ne? Und die Respawn Instance. Ja, genau. Wo ist dein Pokemon? Immer gern, du Duisburger Dönerdieb. Warum Dönerdieb? Ich habe noch nie in meinem Leben Döner geklaut, Junge. Und wann ja dann geschüpfelte Weister beim 14. Hör auf zu rappen, du Bitteschlimmste Dönerdiebücher, die Lüge sind. Das ist die Lüge. Da ist auch eine Kiste. Oh. Ja, aber das ist so eine kleine, ne? Ja, ja. Scheiß auf die. Okay, pass auf. Ey! Oh Gott. Ich bin gerade in einem Bär eingefallen. Ich muss da gerade irgendwie an, hey, ich bin Mila. Ich muss da was gebabredenken. Nein, nein. Nein, nein. Hallo, Projektilbrände. Ich bin gerade in einem Bär eingefallen. Ui, das war knapp, Alter. Nö, nö. Die müssen wir töten. Erst Zentakel, erst Zentakel, bitte. Ja, warte, kommen die her? Hier, zuerst den da. Ja, ja, bleib mal ruhig. Komm mal hier nach links. Ja, ja. Kommt der nicht her? Nein, wir müssen den Boss auch oben auf dem Berg tanken. Ihr pullt den auch jetzt nicht, was ich nicht. Das ist ja auch nur 40 Euro. Wir sind auf Udgard. 60 ist max level, ja. Und jetzt den nächsten da reden. Boah, der hat mit Sicherheit viel AP, ne? Portet der sich weg oder so? Nö, der bleibt da oben. Er macht nur so eine rote Welle um sich, die können ja trotzdem das raus. Und dann kommen Ads und die Ads einfach fokussen. Also, ich höre, dass man das Spiel durchgespielt hat. Jee, noch nicht. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und Tiox, danke für die Wieser mit dir. Mit Zeit. Jamar? Ja? Hast du genug Azoth, um nach Bruchwasser zu reisen? Nein! Ich glaube nicht, nein. Tschüss. Machen wir rum. Äh, weil wir jetzt noch schnell einen Hüter suchen. Und bald spielt der Outlast 3 im Korb mit Mila durch. Ich habe Angst. Bitte nicht. So, Moment. Da sind noch mehr Tentakel. Achso. Eine noch oder nicht? Ja, da drüben. Da ist noch eine, ja. Ich mag nicht eure Spiele. Ja, jetzt müsst ihr den einfach da, wo er steht, einfach da tanken. Und dann spawnen also zwei Hunde und die müsst ihr fokussen die ganze Zeit. Wenn ihr eine rote Welle macht, dann guckt das hinterher durchs Lodge. Da sind Hunde. Na die Welle. So, ich gehe nicht, denn du kannst die. wie oft warnt er die denn die ganze zeit und die deutschen genau wie die welfen die sind jetzt schon nervig ja 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 Komm her mit dem Ball so schon mal. Ja. Ja. Die Bosse können nix, sie haben nur viel HP, Alter. Jo. Die Bosse können nix. Die Bosse können nix. Die Bosse können nix fahren, oder nicht? Ich muss das hier kurz noch fertig machen. Ja, wenn wir das dann gerne haben, kannst du... Hinten sind drei. Aber es sind keine richtigen Elite. Ja, Techno-Viking. Alter, den hab ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Super, super. Sind doch Elite vorbeiztun. Wow. Sandpapier. Hier ist noch Alchemie. Und dann einfach hier runter. Wow. Wo runter? Warte mal, wir müssen gucken, wo wir hin. Das wird doch jetzt fertig, oder? Ja, nein, nein, nein. Ach, du scheiße, jetzt müssen wir... Oh, Bruder. Wollen wir es nur. Jetzt müssen wir in das richtig 60er Gebiet... Und da müssen wir 45 töten, oder so? Was da hinlaufen? Da brauchen wir den Jamar, aber glaube ich nicht für. Außer du willst mitkommen, Jamar. Also, du gehst jetzt in ein noch härteres Gebiet... Ja. ...und eine Heilung. Ja, das hab ich gestern auch gemacht. So, du willst... Wenn du mitkommen willst, komm mit, dann helfen wir dir bei deiner Dings-Quest auch. Also, ich zumindest. Der hilft eh nicht. Okay, hallo. Leon sagt auch, ja, ich bin morgen Vormittag da. Leon kommt, 15 Uhr. Hallo, morgen. Jeder hat einen anderen Vormittag, ja? Hier auf jeden Fall, ja. Habt ihr... Azzot, Azzot? Geruch, oder? Ich helfe 170, genau. 170? Das kostet 91, um da hinzugehen. Rechte Außenposten. Ich baut mich da hin. Ich bin der Mehmet. Ich baut mich da hin. Und dann muss ich kurz den kaputt machen. Ihr müsst gar nicht... Das ist gar kein Dingsgebiet, wo ihr hinmüsst, ne? Einsamer Aufstieg. Danach müssen wir aber wahrscheinlich... Oh, Stoffenhut des Klerikers. Sind das nicht... Haben wir da nicht eh gequestet, Leon, in dem Ding? Äh, ja, ich glaube, wir mussten da einmal reingehen. Stimmt, das ist ja voll easy da. Crap. Crap, krack. Schneide. Ey. Oh, nur das Momentos, por favor. Was hat denn Stärke-In? Holzfällerschuhe schon wieder? Äh, äh. Ist ja auch nix für... Oh, die kann vielleicht irgendeiner... Obwohl, die sind schwer. Die wollte ich mal. Einer vielleicht aus Gilde. Wo bist du denn, Jammer? Ich hab den rechten Außenpfost noch nicht freigeschaltet. Chad, wie geht's euch denn? Ich leite heute gut drauf. Habt ihr schon gegessen? Ich noch nicht. Ist das seelische Wohlempfinden? Nee, nicht gut drauf. Immer... Supi-dupi. Supi-dupi. Mein Pferd ist gerade in die Luft geflogen. Vielleicht ist es ein Pegasus. Ich bin gegen ein Boot geritten und ist es in die Luft geflogen. Warum? Weil das... Ich hab das Boot nicht gesehen. Ich mach die Augen auf. Der steht wieder auf. Ich glaube, wir müssen 30 Mission tun. Wir müssen, glaube ich, nach links. Ich muss nie nur töten. Hattet ihr dir aber eine Rückhand gegeben, ne? Ja, 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 ja. Lass uns noch ein bisschen was zusammenpolen, oder? Ja, kann ja. Warte, ich kann ja einmal durch noch nicht gesorgt werden. Das wir da am Eingang treffen. Und dann nicht, äh, weglaufen. Ja. Shit. Am klar, am klar, meiner. Ich hab nur keinen Stun mehr gerade. Wer meine sind zurückgelaufen? Stun mal, please heal me. Uiuiuiui. Was macht der denn da? Oh. Hier oben war noch eine Kiste. Hab ich mal vom Thron. Ich glaube, hinten ist auch noch eine hier. Glaube ich. Hier, hier, hier. Ja, warte. Ich hab ja hier alles rausgepullt. Hier ist eine noch. Hallo, Smashing und Kinsey. Es geht. Ihr Snubbel-Snubs. Hallo, Big Tasty. Bacon. Hab ich Bock. Yo. Big Tasty Bacon. Oder ein Warp. Ich mach gleich Bougir. Bougir. Hier ist Ohr. Ohr? Das ist ein Ohr, Jammer. Guck mal, der klaut dir das. Ah, das ist nur ein Magnetit. Junge, du siehst aus wie Young Harry Potter, Alter. Was sind das für Zähne um deinen Hals? Weiß nicht. Ist das von Big Nama, die? Ich hab keinen Karton. Je, das kriegen die gleichen Witze, Junge. Wir sind halt einfallslos. Was willst du machen? Tradition, Bruder. Boah. Hallo, Emlika. Oh, was ist Hedin? Was ist Hedin? Ich glaube, hier unten ist Kiste. You can catch me, Hallo. Tag, Tag, Tag. Tag, 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 Tag. Okay, wir werden jetzt noch ein paar Mots und... Ich treff den nicht, Junge. Aua. Aua. Gut, ja nichts. Dann kommst du mir. Ich hab mega viel. Ja, ich komm. Du bist hier, ne? Ja, ja. Dann kommst du jetzt schon. Ja, ich hab mega viel. Ja, ich hab mega viel. Ja, ich hab mega viel. Erntearbeiter, Ruth. Besser Kiste. 507, mit innen drauf. Noch immer die Kiste machen. Ich mach grad die Waffen-Kiste. Mit dem Leon zusammen. Oh, mit Jammer, der hilft. Mit 580er-Waffen. Ich hab schon fast alle Krösten durch. Ich auch. Ich geh in jedes Haus hinein. Suche Thun für mein Heulein. Oh. Oh. Ich hab zerbrochene Muskete gefunden. Legendary. Gott. Bitte? Zerbrochen. Das hier. Who is that? I-I think that is, äh, very expensive in the auctions house. I think. I don't know. Locker 3 Gold. Kochgeschirr, der Schiffskoch. Ich hab gestern, hier in diesem Kac-Gib-Oro schon wieder. Was da durchtränkt der Hut? What? Schwert Magius. Ich hab gestern eine Marmortruhe gefunden, Alter. Die sind so nervig. Äh. Wo willst du denn hin? Ich hab kurz Plus gedrückt. Hier hoch, oder? Ach, das mal nicht. Sonst glauben das noch mal, Leute. Ihr wisst doch gar nicht für sich heißen. Also, um mich jetzt selbst zu blamieren und ganz wichtig, um ehrlich zu sein. Moment, ich hab grad Plus gedrückt, um zu gucken, was passiert. Was passiert? Das ist schön. Ich hab' ich schneller. Ah. Ah. Okay. Da passt der dann zum RP. Okay. Oder werden meine Sponsoren dann angeschrieben. Hier sind irgendwie keine Kisten mehr. Bei dir müssen warten, so 15 Minuten sind die respawned. Nee, gleich rechts kann man nur noch. Bestimmt. Oh, da hab ich was gehört. Oh. 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 Der fühlt mich, um mich richtig abzusichern. Einen Namen werde ich nicht aussprechen. Ich mein, der kennt sich doch gut. Und es sieht so aus, oder? Hallo Alpino. Da muss ein Morpheus fahren. Geht nicht. Er ist gerade in der Matrix. Da hast du Erzbien. Das ist nur ein Magnetit. Fabian ist da. Dankeschön für die Weister von dritten. Waren wir schon? Weiß ich nicht. So. Waren wir noch nicht. Wir müssen auch auf dem Boss. Den wir voll schossen. Cool. Wie. Wie. War mir das ein Boss? Äh. schweiß links laufen robustes koch die wirft mit sachen die vertreten hauswärts ich auch ich habe ja auch stärker und geschick ist da drauf brauchst du nicht macht immer ein wickel mit meischen dafür mit meischen wird sowieso ein bisschen erkältet so als würde man Suppe gurgeln aber so eine wegflüssige Suppe so eine Schwanzuppe ja ne gar nicht welchen Level sind da die Mops du bist krank Edel ah stimmt Edel war das eigentlich mit deinem Eisenstange auf Kopf alles ist ja gut Eisenstange ja der kam letztes Mal hier ins Teamsweek und meinte mir ist übel und ich habe Kopfschmerzen und wir so hey was ist los sagt er ich habe mir eine Eisenschlange vom Kopf gehauen ihr selber ja er sich selber er wollte wahrscheinlich gucken was da drin ist so im Inneren des Ross okay Gehirnerschütterung hast schon checken lassen Dankaschen-Protokoll naja der wollte nicht ins Krankenhaus fahren achso na gut jeder kennt ja das deutsche Gesundheitssystem da bezahlt man ja eine Million Kopfweh ist noch da aber eher vom Fieber oh oh gute Besserung oh die macht ernst Fertig fertig mal gucken wo wir hersehen müssen wir müssen oh jetzt müssen wir ins Elitegebiet ganz nach oben yes ich glaube auch die ganzen Portals sind die man nicht clearn kann das sieht schwer aus da oben ja das also ich habe gestern auch ein das ist gar nicht so schwer gewesen ist nur nervig ja die Portals sind halt nervig weil du 45 Dinger töten mussten die müssen wir droppen so und die waren übel nervig die Mobs und danach müssen wir glaube ich nochmal in zwei Low-Level-Gebiete sollen wir den nochmal töten vielleicht dockt der was können wir jetzt hier die Motherfucker ja oh das tatsächlich wieder wird gedroppt hast du heute noch PvP erst mal nicht wieder oh Jamal hier rennt deine Frau rum Leidie von Holstein oh komm hier raus aus dem Schuppen im Syndikat warte mal bleib mir stehen Jamal will dich kennenlernen guck mal was ich gekriegt hab was denn wie das aussieht warte hier hast du ein Schild bekommen? nein 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 ne Axt aber die sieht cool aus warte nein ich hab Schild bekommen wo sind die Axt die kleine das so wie den Hammer den Lugas gekriegt hast wenn du jetzt das Schild auf den Rücken machst dann wirst du doch langsamer dadurch ja weil du schwere Rüstung dann hast ganz schwerer werden es gibt auch kleine Schilder es gibt auch kleine Schilder die nennt man glaube ich immer mit B Buggels oder so Rundschilder heißt aufmerkend das Dankeschön für die Wies haben sie zitiert Huklu aber die machen wir nicht drauf nein die nehmen wir nicht die sind doof okay kannst du als Skin benutzen die kannst du als Skin benutzen hä Rücken Skin mach nicht einfach nicht ich hab Fell am Rücken ja ich hab Fell am Rücken wegen meinem Wikinger hat Memo auch ja aber der ist nicht Wikinger oha Memo was sagt der da ist der Memo überhaupt noch da ich weiß nicht der ist zur Edeka kurz Arbeit ich glaub der musste Maschine ausräumen weil ich freu nicht da ist Mila ist da Jak, Beatty und Giffy und Ries sind wieder unten ich hoffe dass die ihre Waffenquests machen ansonsten kannst du die in eine Tonne klappen ich hab auch keine Waffenquests ja dann mach die gefälligst da kann doch mal 10 Jahre Questen geben wenn wir da sind du musst jetzt mal durchbissen naja siegen drauf da oh der haut und kotzt gleichzeitig das tut mir weh warum hätten wir ne wir können auch hier rechts fahren ich hab keinen Bock da durchzulaufen kann man hier auch rumlaufen ich glaub schon I think I think not fuck aber vielleicht hier 40 Euro spiel kann ich nicht mal hochschrecken die Dinger erinnern mich hier irgendwie an Super Mario ja Lutspurenblüte wird gruselig und windig wir sind auf dem Mekamoro die Portale bringen wir schon gut aus den Looten ne kannst aber nicht machen weil der Stab verpackt das fehlt sich auch bei the way ja guck der Teuer guck mal das Feuer hier wie das platziert wurde ja da hat der Typ gerade 14 Stunden Schicht geschoben und dachte sich ah scheiß drauf Dinger aber auch die Steine hier ne an den Palisaden guckst du dir mal an du gehst hier an du gehst hier an und dann sagen einfach festgeklebt mit Kleber Junge die haben uns letztes Jahr gesagt no wir müssen das im einen Jahr verschieben weil wir den Endcontent also das dieses Gebiet hier äh erstmal fertig haben wollen ja nimm Zelt mit das sieht doch cool aus das Sime muss die Quellwächter töten viel Spaß am besten stellt sich einfach der Form wartet bis eine Gruppe kommt muss aber noch einen 55er dann schon ich auch ich noch nicht Jack ja haben wir mittlerweile in den Tank nein ich bin in der Gruppe hab ich dir eben schon gesagt oh er geht ohne dich ich hab dich eben sogar gefragt er geht ohne dich Jamal halt's Maul merk dir das einfach merk dir das er macht wieder den Paladin das wie auch du bist du schon fertig da wir können uns gern was suchen ich hab eben was gesucht heute Abend ist ein Ehegilde oder nicht ja mit der Gilde haben wir kein Tank ach wir gehen einfach mit 40 Mann irgendwo hin nein das ist dumm mit 40 du machst das mit 5 sonst kriegst du kein Loot du kriegst doch Loot du musst 15% das gesamte Damage ausmachen mit deiner Gruppe dann kriegst du Loot 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 der Typ hier will auch rein glaube ich aber nehmt ein Land ja nein why not nein der ist fremd der darf nicht mitspielen der soll dafür Geld zahlen äh oh 50 müssen wir töten oh mein Gott hab ich da jetzt Bock drauf Alter wie findet ihr meine neuen Haare wenn du wirklich in den Reaction Pamukkiss gehen solltest hätte ich dann einen bestimmten Link von Leicharchief mit einem bestimmten Timestep scheiß drauf Digga äh jo geht da um dich du Pinsel dann erzähl mir was gesagt wird will ich das überhaupt wissen wenn das negative Kritik ist will ich das nicht hören ich brauch ein positives Umfeld wie der droppt noch nicht mal was das war ja auch kein Boss hier lass doch einfach das Video analysieren Uri Kalkum und den zerfetzen reden wir zu was laberst du schon wieder Junge der bestimmt boah red nicht ich mag das nicht wenn Leute in Rätsel reden ne oder sag einfach was ist tatbar für jetzt ja mysteriöser Mensch da hier ist doch ne Kürtis aua aua mein Gott äh ey warte mal warte mal ihr seid fast tot von Geburt er ist fast tot quatsch alles im Blick Junge gut ich muss mir nicht nach Rätsel mal kommen oh hier sind jetzt einer Baum ach so wo es der über den Besuch spricht ja das wird lustig auf GTA Live I tell you that dann kann er endlich wieder einen einen ähm einen amerikanischen Charakter spielen ohne angemacht zu werden von irgendwelchen schneide 10 T-Rex-Typen Alter aber der ist doch gar kein Amerikaner ach stimmt ne Lench war ja deutsch glaub ich ne ja ja Lench kam aus Deutschland stimmt voll unerpiss keine Deutschen in Amerika seinen Eva da ist meine Hack ja wir kam aus dem Impfen hat so rein wir sind noch mal kristen ab einem absatz ich geh mal hier rein ist bis jetzt nicht aber ich habe irgendwie um fünf meter geportet keine ahnung da wo ich wohne ich hab ganz viele partikel so wasserpartikel ja klar was braucht man die jammer akarnis aber ich muss das doch selber leveln oder ich bin schon 150 akarnis wir müssen ja keine dings looten man kisten alter ja klar aber wir müssen sie durch box die strahle gucken mein angst wichtige ist wenn ihr kämpft kämpft wird man automatisch guck mal hier habe ich gefunden in truhe helfen wir sind hier oben in dem haus ja ich bringe freunde mit geschlossene gesellschaft ich wollte mir nun mal nackt sein und der fahrer johann zähl die ose aus eigentlich könnt ich die ganze zeit so quatschen ne Kein Stimmstück davon haben. So, das ist jetzt meiner. Meine Party-Quest-Au. Was ist das denn? Hallo, Fischi. Fischi, how are you today? Mein Freund. Oha, der Fischi. Ja, der Fischi spielt auch. Oha. Der spielt auch in der Gitarre. Der spielt auch in der Live. In den New World. Ich glaube, dass der Fischi noch mal RP zockt, Alter. Nach dem Arzt-Desaster. Auf der Alternative Pommes. Ja, darfst du, aber du brauchst Permit, glaube ich. Permit. Tagsam, Hausdurchsuchung. Das sieht halt echt aus wie Straßelm, ne? Ja, ist das wahr. Voll gut. Wow, der Spiel auf GTA Live gehört ist sein Sohn. Bob Schmetterling. Duper, duper, ey. Was heißt hier Desaster? Medik ist einfach beste Fraktion gewesen. Hier drin. Eine Menge Mobs oben. Klopf, klopf. Der UN-Oren, mein Freund. Ich kenne dich von gestern. Komm mit vor die Tür mit deinem Bogen. Du kannst auch Ingame reden, dem Mann, ne? Das ist dir klar, ne? Ja, ja. Aber die haben das ewig schon doller aus. Ich glaube, ich mach da mal an und René, als Kurt ist hier rum in der Stadt. Kann mir jemand zwei Goldtaler geben, bitte? Ich brauch zwei Goldtaler. Meine Socken sind kaputt. Ich muss die repairen. Repairen? Jetzt, ja. Wenn der Hilfe braucht, dann sag Bescheid. Ja, können Sie bitte kommen? Bescheid. Ehrlich jetzt? Ja. Noch einmal hauen. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck this shit, I'm out. Nein, der hat mich gehauen. Lass mich nicht los. Oh mein Gott. Das war's mit Kanyone. Das war's mit mir. Oh mein Gott. Bruder. Junge, was? Hat ja richtig Bock, Alter. Ich bin wieder down. Er hat ja auch richtig Bock, Alter. Junge, kletter links hoch. Links. Oh mein Gott, der weiß doch nicht. Ich bin gestorben. Wir müssen gestorben. Zum Glück Zeltlager, Junge. Natürlich, Junge. Er hat uns einfach komplett auseinandergenommen. Ach nö, 300 Meter. Ich komme wieder. Was ist das denn? We spawned 15 Mal im Zeltlager. Hey guys, why they kick me? Because I'm inactive. Yeah. Hallo. Der kommt aus dem Nix einfach. From now, let's talk only in English. Yeah. Because we are international. That's nice to know. Jamal, jetzt brauchen wir wieder einen Healer. Ja, aber der Jamal hat keine Zeit für dich. Jetzt, wo du einen Healer brauchst, kommst du zu Jamal, ne? Knie ist vor seinen Füßen, Alter. Geh nix, Junge. Gut, hast du einfach Pech gehabt, dann nehmen wir halt den anderen. Ach, scheiß auf den Jamal, wir suchen seinen Tank. Wir nehmen den Dings, wir nehmen Space Pirate, der ist Tank, dann haben wir Healer, zweiten Ds, Junge, dann ab geht's, Junge. Ohne, ich soll er da hängen mit seiner grünen Rüstung, mit seinem Stock in der Hand, während wir da ankommen. Seid ihr dumm? Ja, ist okay. Nur weil die ganze Quest sind, ich organisiere hier. Du organisierst was denn? Du hast grüne Stock in der Hand mit zwei Stärken, Junge. Ja. Du bist kein Operator, Jack. Du bist kein Operator. Aber ich liebe dich. Junge, er werft einfach keinen. Der ist abgehauen, ne? Ja, der ist einfach gewidschwittert. Oh, sei nicht. Aua, er macht mich auch noch schlaufen. Irgendeiner, wir müssen uns verstecken. Hilfe. Die Hilfe. Die Hilfe. Nee, ist nicht. Oh mein Gott, Bruder, ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Komm, wir gehen alle hier ins Haus, okay? Warum sind wir durchgerannt? Weiß ich nicht. Komm bitte alle ins Haus. Komm, komm, es ist das Screed. Assassin's Creed. Oh Gott. Oh mein Gott, der kommt mit. Oh mein Gott, du passt nicht hier rein. Oh mein Gott. Junge, der darf hier nicht rein. Der ist resettet, der ist resettet. Echt jetzt? Hier hoch. Ja, aber ich brauche Hilfe hier oben. Ja, komm, wir gehen wieder ins Haus. Okay, ab ins Haus. Aua. Auf dem Weg. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott. Tyrone, die ganze... Okay, wir hauen die hier weg. Oh, guck, wie wir die wegmachen, Alter. Keine Chance. Amelakoy. Amelakoy. Ist übrigens türkischer Fisch. Amelakoy. Wie kann man denn da Rage createn, Alter? Ist doch lustig gewesen. Was hat denn der für ein Problem? Weiß nicht. Was soll ich nur alleine machen? Kollege, dodo. Mh, lecker, lecker. Ach so, schneidest du von den 10 Dingern? Kurz halbe Stunde auf, K. Ich komme wieder, wenn ihr fertig seid. Okay, what's the plan? Ja. Nicht wieder an den Dicken da vorbei. Der ist böse. Warum ist denn der jetzt so klein geworden? Tobi. Das ist er gar nicht, ne? Ne, ne. Hallo, Hans-Muff. Wir müssen uns langsam, aber sicher mal da hinten vorkämpfen. Aber wir brauchen nämlich 10 Dinger. Yes. Ja, schnur. Oh, ich wusste gar nicht, dass das Spiel doch lustig sein kann. Okay, so rein, die Batsis. Bats, Bats, Bats. Oh, mein Finger tut weh. Was ist denn jetzt passiert? Oh, 600 rein des Lösungswilfe. 12 Gold verkauft. Schnappern. Schnappern. Oh, ich hab einen Bruder. Auch bei Minen, auch bei Minen. Oh, wow. Machen aber kein Damage. Warum hält der denn so viel aus? Trop, 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 trop. Ist Dember auch schon auf eurem Server? Ja, alle sind da. Hast du erstmal hier das Haus zu clean, oder? Ne, warte, da ist wieder der Taktiker. Töten können wir so oder so? Können wir da vorbeilaufen? Den töten können wir mit Sicherheit. Nein, den nicht, aber können wir hier vorbeilaufen, ist die Frage. Bestimmt. Macht das überhaupt Sinn, hier vorbeizulaufen? Ich hab gepullt, ich hab gepullt. Ja, aber nur den kleinen. Wo sind wir überhaupt, Alter? Hier ist wieder Urile Lallum. Komm, wir gehen in LOS. Dann kommt der. Hinter dem Herz, LOS. Ich baue es aber ab. Oh, 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 oh. Der Elite. Merz. Ach, das ist noch ein Rücken, bei sowas großem. Naja. Warte mal, lass mal gucken, wo wir sind. Wir müssen hier lang. Okay, wir müssen da hin. Also einfach geradeaus. Ja, ja, aber hier sind viele Mops. Viele Mops, viele Mops. Boah, dicke Eisen. Was willst du mit dem Eisen? Ich hätte ja auch nie, dich wieder sieht. Ja, jetzt darf ich. Jetzt muss ich Leder abheben. Du bist doch gerade erst Stufe, weißt du. Doch, ja. Bobby. Ich glaube, ich bin Stufe 30 jetzt gleich. Na, das ist doch mal Zeit, ne? Dann kannst du warte schon. Hey, Jack. Die hast du mir doch schon gegeben. Naja, ich weiß, aber die warte bis Ende kommen werden. Ist die schon? Die ist ab Level 29 gewesen. Komm, du willst. Kannst du mehr tragen jetzt? Ja, doppelt so viel fast. Das ist schon gut. Ich habe hier eine Rüstung dabei, ne? Ah, das sind die Brandstifte. Die hat gesammelte Lederverarbeitung plus 0% Ertrag beim Einsatz von Lederverarbeitung. Was heißt das? Du musst Klienten mal auf Englisch stellen, dann steht er. Du kriegst halt mehr einen Takt. Was ist passiert? Leg mich hin. Das heißt. Da war was Großes. Dann machst du da so, Leute, in die andere Richtung gelaufen. Das heißt, wenn ich Leder mache, immer die anziehen, theoretisch einfach. Ja, im Prinzip schon. Können wir den bitte in die andere Richtung holen? Ah, du bist ja fast hier. Wir müssen doch nicht hier lang. Pass auf, Mine, Mine, Mine. Oh, Neuer. Nicht für Curtis. Der hat nur gesagt, wenn GTA live wieder on geht, dann schau ich mal vorbei. Weister Series ist ein Lügner. Mine. Thema ist ein Lügner. Thema ist ein Lügner. Hallo, Z. Den brauch ich auch, ne? Wem brauchst du? Den hier unten, Rotte, oder? Weiß ich nicht. Der Jammer will nur das für den machen, weil da auch ein Herz ist. Ja, ja. Ja, ist auch. Guck mal, er. Ist das ein Schu... Oh mein Gott. Verpiss dich, Junge. Mein Schuhe, Alter. Ja, den braucht der Save später. Ja, ja, den brauchen wir. Freut mich so, wenn ihr lacht, ne? Gell, der war? Das hat mit dem Herz nichts zu tun. Oh, ne, das sind die Bersi-Mox. Oah, boah. Scheiße. Du trickst nicht. Pass auf, Mox, die sich heilen. Das ist so dumm. Bei dir hab ich gerade wieder her. Auch geil. Als wären die von Tyrone im Gepanzerten. Timmer, du musst doch da vor der Stelle hören, ne? Oh, Timmer bieft sich im Chat. Weil der Petalk mit Timmer. Ich hoffe, er hat gerade den Timmer wenigstens auf GTA-Light sehen als Trakerfahrer. Oder Müllmann oder so. Ich kann nicht mal Fahrrad fahren, Alter. Boah. Boah. Boah, der hast du im Timmer, Alter. Aber wenn einer gegen dich shootet, Memme, ne? Hm. Oder wen müssen wir denn hier töten? Ach, wir sind immer noch nicht da. Äh, Daniel, vielleicht? Da, dicke Kiste. Oh, mein Gott. Hey, hallo. Oh, du hast ihn gebrüllt. Renn um dein Leben, Timmer. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah, okay, okay. Ja, okay. Nein, 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 nein. Ich bin stuck. Der kommt. Alter, der kam um die Ecke. Oh, mein Gott, ich bin tot. Versteck dich, bitte. Ja, der kloppt mich kaputt. Nein, lauf weiter. Was haut denn der? Bleib da, bleib da. Der haut gegen die Wand. Der haut gleich. Der geht weg. Der macht Rückzug. Ja, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Oh, mein Gott. Ich wollte die Kiste looten, Alter. Ihr macht was da unten, ne? Ich wuchs zu. Alter, kam der um die Ecke. Der hat einfach nicht so geil. Oh, die dicke Kiste, schnell hinlaufen. Lass mich doch, Alter. Genauso habe ich es auch verstanden, aber er interpretierte halt rein, oh Geist, der und Kurt ist jetzt zusammen, geil, geil, geil. Fapp, fapp, fapp. Ey, wo laufen die hin? Okay, wenn Unicorn hat, dann stimmt das nicht. Ey, guck mal, noch so ein Bär. Oh, die laufen alle zu Leon, ne? Nein, 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 nein. Die meinten auch noch irgendwas. Das ist auch ein Pult, einer, alles. Der Rage-Critter. Was macht der denn? Ach, der Typ. Oh, jetzt können wir die Dings suchen. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, schnell, schnell, schnell. Wer hat der den amsagt? Nein, der kommt. Nein, nein, lass mich. Haltet den auf, haltet den auf. Ich habs, ich hau ab. Du Wichser. Oh, mein Gott. Ey, nicht in meine Richtung. Einer muss mich wiederbeleben. Ich muss sonst hierhin laufen wieder. Ja, warte, warte, warte. Hier links, schau mal, hier links. Ihr müsst mich wiederbeleben, bevor der Rückzug macht. Ach so. Weil ich stehe, lege hier vor der Kiste direkt. Leon, lenke ihn ab. Ja, hab ich. Geall dich. Hallo, Meister. Schnell, 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 schnell. Kann sein, dass der jetzt gleich weg ist. Der haut noch ein bisschen. Jetzt, der kommt wieder, der kommt wieder. Er verspürt Hass. Fakt ist Schiller-Maut. Ich hab die noch gelootet, Junge. Wo lauf ich hin? So, so. Hi. 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 Also, ich find's von hier oben ein bisschen gemütlicher, zu gucken, wo wir hinkommen können. Ja. Ja, ja. Einfach halber, als wenn hier ein Drache oder ein Gargoyle kommt, sind wir eh zurück. Drachen, bevor der in dem Spiel der Drachen gibt, es Jeff Bezos bleibt da. Jeff Bezos, kids. Ist aber auch egal, wie der hat gesagt, ich würd mich freuen, den mal wieder zu sehen. So, wir müssen aber hier hin. Yeah. Also, machen wir Assassin's Creed. Können wir da hoch? Alliopp. Perfekt. Ich hab mich einmal kurz festgehalten, Junge. Jetzt. Okay. Da oben müssen wir hin, zur Kirche. Da wollt ihr hin, ne? Ja. Ich könnte den poolen und dann könnt ihr da vorbeilaufen. Guck, der macht Rückzug. Ihr könnt vorbeilaufen. Okay, schau. Nein, ich bin jetzt sowas von tot. Warte, 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 wir gehen hier aufs Haus. Der kommt, der kommt, der kommt drin weg. Der kommt. Kommt aufs Haus? Oh Gott, da drüben sind Schafes. Oh nein, nach vorne. Jetzt komm du schnell, komm du schnell. Ja, ja, ich komm. Geht hier, quickly. Oh, oh, oh. Egal, wenn du hier draufkommst, dann mach dir nix mehr. Äh, Mama. Oh, da kommt nur einer. Nein, ja. Hey, 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 jetzt haben wir nicht gerechnet. Ja, der ist ja egal. Das Resetet, das Resetet. Ähm, ich bin, also. Ja, das ist hoch. Können wir nicht hier fighten? Aua. Nein. Ich glaube, die werden immer mehr, ne? Weil das ein Portal ist, maybe. Brauchen wir gar nicht töten. Ach, sind das die Portal-Fücher? Nein, das sind nicht die Portal-Dinger. Die sind mit dem Silber in den Rahmen, die. Äh, wir müssen... Da lang. Da. Nein, wir müssen hier lang. Meint ich ja. Die hat echt gemacht, ne? Das ist ein Portal, aber geht halt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, lieber Gott. Lass uns klettern. Aha, ich bin fast tot. Man kann die nicht hoch. Doch, ich kann hoch. Die kommen ja nicht hin. Doch, ich hab den aus. Oh, oh. Ich leg mich hin. Ich leg mich einfach hin, dann können die nicht schießen. Guck, ich hab das gespielt hier. Wir sind außer Gefahr. Glaub ich. Aua. Irgendwas schießt auf mich. Der da unten, der gibt nicht so leicht auf. Oder sind noch mehr Viecher? Ja, der hat nicht auf. Jetzt, oder? Äh, der kommt. Oh, ne, der kommt. Und der rennt weg. Ja, wo rennst du denn hin? Ah, die müssen wir eh töten. Ja, ja, komm. Lass dir reingehen, lass dir reingehen. Warte, nimm, Knutsch. Hier in die Ecke. Ich hab dir mit angedonnert. Kapatt, komm. Keiner meiner Fähigkeiten funktionieren. Wörtel. Mit der Fähigkeit benutzen. Ja. Ich bin tot. Meines dauernd. Dann war er gerade noch richtig komische Käfer. eine hülle hatte wo ist der eigentlich der street auf youtube ich habe keine zeit ich muss business machen wir haben halt immer nur erst einen er ist ein dann zwei düster heimeliter weil ihr bis 40 mal und den gibt es noch ganz selten eine ahnung nein 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 wir haben von den mobs 48 von 50 aber wir müssen noch von neuen fischer killen die was droppen wir müssen die achsmänner die extra ja ja gehen wir nach links das ist das total ich höre irgendetwas großes hier laufen oh mein gott ey Diablo hier oben drauf kannst du mir gar nichts also nehme ich die mal stark an wir müssen ja hoch zur kirche habt ihr gesagt wir müssen nach links nach links in die richtung wir müssen achsmänner killen ja nordosten müssen wir jetzt auf den hab ich ja gar keinen bock wer nach nordosten kommt Volk Gandalf kommt oh da kommen ganz viele hier ok damit sind wir jetzt fertig jetzt nur noch die achsmänner jetzt 40 euro eigentlich das neue 30k ja bei dem ich mich auf jeden fall ja und weiter mit feige hey guys ich glaube nicht dass wir hier hin müssen oder doch 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 zur kirche müssen wir hier ist alles leer nein hier dahin wo ich gepinkt habe da müssen wir hin ey wow oh mein gott stufe 66 sind wir ja fast hallo juri ähm irgendwie ist hier nix da kann sein dass hier schon links waren leute oder müssen wir hier runter wollen wir in die kirche rein man kann hier rein glaube ich ja oh ja da wollen wir auf jeden fall rein der mob sieht richtig gut aus da drin ah na der sieht nicht so gut aus da drin doch das ist so ein ich kaufe direkt in die Schnauze ja klar sind wir hier ohne Tink oder sieht aber interessant aus oh ne 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 da wollen wir glaube ich überhaupt nicht rein warum nicht erzähl mal was was für Level hatten wir der hat noch eine dickere Lebenswahr als ich jemals gesehen habe bestimmt so ein richtiger Big Boss ne aber die Troo da hinten will ich schon haben ja Halt's Maul kannst du das warte mal du musst das hier abholzen oder? Halt's Maul also? äh der ist nur Level 66 easy Halt's Maul das ist wieder so motherfucker wie gerade alter ist kaputt wir lenken den einfach ab ich glaube wir müssen hier runter ich bin mir nicht sicher wart ihr hier schon? ja da ist nix das ist nur ne kleine Truhe oh Leon ist schon runter gesprungen äh ich bin runter gesprungen warum? andere fragen warum nicht ich hab Mühe gemacht Axtmänner Werde is Axtmine ah ich glaube die spawnen hier überall da waren wir noch nicht beim Lagerfeuer was äh Südwestern ist oh mein Gott Hilfe bye es ist so pion auf dem hab ich gar keinen Bock jetzt wenn ihr auch rum überlegen dass bei mir aus pass auf da kommt dieser Bär oder was da da ist ach das Bär kann nix aber dann müsste ich das ja voll lang skillen jetzt ja aber Beile ist geil ne muss ich sagen ja ja aber das dauert ja nicht oh Minus Ei ja bei mir wirds jetzt auch erstmal dauern weil ich tue jetzt ums Becken auf den halt oh der Bär kommt nicht weiter erstmal Schwert hochziehen aber mehr als Stun geht eh nicht der Bär ist Stuck dann ist mein Stun vom Hammerweg ne das möchte ich eigentlich auch der Bär geht echt nicht weiter oh oh pass auf Achtung hinter dem wenn der so Stuck ist können wir den einfach machen weiß ich nicht wenn der sich äh da austritt ach mann warum müssen die Viecher denn immer weghauen rein da jetzt genix Entschuldigung ja los mach den Bär mit komm bist du irre Der hat geb Unfall NS Der hat geb Unfall denn zum Traum der hat gebun auf Ahso hell 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 arm Na wenn ich Bohm mach die Ne I im Schaden her oder was na ja aber der macht drei mal so viel schauen wenn er dich einmal selbst anlock scheiße hat dann was vorbei ich glaube die sind die komplett in der stadt verstreit hier ist das ein achswerfer da mit dem tank hier um zu laufen macht bestimmt spaß das muss zurücklaufen da waren auch noch acht leute oder nicht die getötet hat nicht hier unterstrengen was auf der bär eine axt haben wir aber so war die die war relativ am anfang glaube ja relativ am anfang ja ist die axt kämpfer x-men heißen ja ich würde gerne auch so wisst ihr wie die aussehen alter heiß auf die lasst erlaufen den sammler größter bär perfekt was los hier 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 sein slayer heißen die oh mein gott jetzt bist du erst mal ja 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 das ding ist da kommt nicht nur einer da kommt wohin da kommt auch die ablohn noch get here get here get here Es ist einfach so Verarsch mich jetzt nicht Man kann halt nicht so gut rein, er hat Waffelus an Ach nein Warum schießt der auf mich? Oh, ich hab gepullt Aua, hallo Also die Mops haben so eine große Zweihandachse in der Hand Die hießen bei mir Saintslayer, ich weiß nicht, ob sie einschießen Einfach reingeschissen Seht hier ein bisschen aus wie bei Jama in der Küche Ja, nur ohne Feuer Ja, bevor sie einfach fackelt Schau mal, warum sind die so bei dir? Hä? Ah, ich dachte jetzt gerade, der fängt jetzt an zu residen Eine große Zweihandachse, sagst du? Ja, ja, wir sind gerade an einem vorbeigerannt Wir haben dieses gelbe Questzeichen vor dem Kopf Ja, der war hier vorne dann Ja, ja, bei dem Bär irgendwo Oha Oha, was hast du denn für eine Schelle kassiert? Ich weiß auch nicht Der hat mir ins Gesicht getreten, der Wichser Äh, ist das da hinten? Ne, ist nicht da hinten Hier links müsste der jetzt stehen Da, siehst du, links am Tor, vorm Bär Aber ich versuche hier zu pullen Hallo Kuckuck Warum hast du mich nicht pullen lassen? Kuckuck Dann stehen die wahrscheinlich immer an den Toren Wie heißt der auf Deutsch? Du ist daheim Heiligenmörder Heiligenmörder Okay Dann sind die wahrscheinlich immer an den Toren Da vorn ist ein Tor Aber da vorn ist auch El Diablo El Diablo war nicht so schwer, ne? Was machst du denn? Junge, bist du besoffen? Hauf auf den zu schießen, Alter Ja Wo ist die didn, geht, geht, geht Heal Heal Achso, wie ich meinen, geht, geht Komm her, komm her Hey, ich bin Ich bin Ok, die andere Quest war deutlich einfacher. Von der Einhand-Axt. Wie viele Waffen wollten ihr jetzt noch machen, Questen-mäßig? Ich kann nur die Zweihand gerade machen. Ist noch vorne einer? Nein. Lass ihn einfach wieder laufen, wir finden schon einen Safe-Spot. Oder ist der schon gespawnt da oben? Ja, die Frage ist halt, wie schnell der respawnt und ob der da respawnt. Ist einfach laufen. Ich glaube, die stehen immer an den Türen. Aua, it's not good. Ok, hier ist Ausgang. Ach, der hat mich mit dem Ball beworfen. Oh mein Gott, aua. Der Rage-Scritter ist noch da. Wart mal, war das hier da? Ach, hier sind wir reingekommen. Alter, was? Oh mein Gott. Kurze PP-Pause. Ja, ich mach's so lange, als das den Creepier. Da mal, beschütz mich. Ja, ich beschütz dich. Das hat mir ja viel gebracht. Nicht gut. Gibt's hier noch einen anderen Eingang? Ja, rechts. Pipi-Pause? Ähm, nein. 詞. Ähm. 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 Oh, 525er, Axt. Ui, Mimo, ui. Mimo, ui. Warst du mal da? Hä, warst du mal da? Ich hätte den Axt rumlaufen können. 520er, Alter, aber mit Geschick, Kunst. Ei, ei. 6. Ui, die sind... Ui. Geh weg. Let's go to the Almafall. Erstmal trinken fürs Gehirn, dann machen wir. Hä? Ei, ei. Ei, ei. Hör auf. Ei. Ich hab Angst. Du hör auf. Okay, Entschuldigung. Bitte verzeih mir. Wie lange ist der Pipi? Heute kein Rage. Bye, have a beautiful time. Hattie, Dankeschön für die Weas am 6. Und maybe Penis, Dankeschön für die Weas am 31. Oh, la. Das geht. Das nicht. Oh, shit. Oh, shit. Es ist Tänke-Päckchen-Zeit. Ich laufe schon mal vor. Ich glaube, der ist kein Pipi machen. Ich glaube, der macht groß. Ein schnelles Kacken. Hm. Ei, 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 ei. Ich bin ein Lügner. Manchmal kann man das halt nicht vorhersehen. Hm. Hallo, hallo. Du warst nicht, Pinkel. Nee. Kann man noch Pfannkuchen holen. Aus dem Toaster? Ja, Mann. Das wieder zum Vordereingang. Wollen wir da überhaupt hinkommen? Das sieht nicht so gut aus. Äh, nächste Woche sollen die kommen. Ohne Gewehr. Ich glaube, wir kommen da nicht drüber. Hey, das sind Palisadenzäune. Da kommt die nicht rüber. Was sind das? Palisaden. Das ist auch so eine Parmesanzaun, Junge. Ja, ja, du mich auch. Ich meine da rüber auf die Brücke, Junge. Das soll mal Vordereingang wieder gehen. Bin ich doch gerade auf dem Weg. Ach so. Was für dich der Vordereingang ist? Ja. Da machst du eine Axt bei? Nee, wieso? Ich glaube, ohne den Jump von der Axt kommst du hier. Na doch. Genau, der weiß ich nicht. Boah, Buddha. Buddha. Boi, joi, joi. Okay. Und jetzt. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm hm hm. Okay, danke für die Aufklärung, Mr. Why's so serious? Timmer und Unicorn-Lügner! Wie kann der von mir denken, dass ich auf Immortal-RP zog, Junge? Hör mal. Ja, der denn des Wahnsinns, der alte Herr. Und Neo, danke schön für den Wies am 5. Sollen wir den jetzt nochmal verhauen? Boah! Hallo? Den willst du verhauen? Ja, den El Diablo hier. Da ist doch nichts dabei. Ihr macht das wieder und ich gehe verpassen hier. Nein, du musst heilen, du musst heilen. Wir gehen gerade ein bisschen mehr in die PS-Bine. Hallo, Demba! Hallo! Ach! Geschirr, geschirr. Komm, der ist verletzt, hauen weg! Komm, der ist verletzt, hauen weg! Oh mein Gott! Hat der ja immer megacooler. Die Animation hat einen Zähne auch selber gekostet. Wir sind übrigens schon seit zwei Stunden unterwegs. Guter! Was hier lang kennt, hier waren wir noch nicht. Wir sind nicht nach einer Lüge an. Ja, 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 ja. Wir möchten auch so einen Lüge unterhaben. alles xp es hat 51 und wir haben noch mehr geprüft ja bruder ich habe keine ahnung wo die sind die dinge was gepult was man das abhauen bitte weiß mit wiener um sich also müssen nur hier hoch geht tatsächlich und da oben ist einer mit schwert oh mein gott jetzt bin ich stark oder nein du kannst hier ich kriege von dem ich bin mit dir und ich wollte nicht alleine lassen das hätte ich jetzt auch gesagt ich bin wieder auf der street junge ok grüß sieht ja wir müssen zimmer dadurch boxen hier er ist das so das gute ist wir brauchen noch ganz acht stück also glück haben so wie gestern noch nicht geht auch mal auf gott 1 welcher bei zeit kein problem Ich hab gekollt im End drin. Nein, du hast gekollt. Nein. Warum geht der dann auf dich? Weil ich Heiler bin. Durch Heiler macht man Agro. Nein. Geht der auf die Laterne, nicht auf mich. Bist du die Laterne abgebüllt? Hey, oh mein Gott, da ist der schon wieder. Hey, da oben ist er schon wieder. Hey, wir müssen hier durch. Ich hab gepullt. Hey, den mag ich aber auch nicht. Nee, der erste ist schon wieder respawn, ne? War nicht hier im Mund gleich um die Ecke? Weit wo in Ordnung. Die stinkt. Da hat's von den Dingen. Ja, ja. Und wir haben gepullt. Und wir haben richtig gepullt. Denk dran, der macht Agro, ne? Ich mein, der macht Schaden. Das heißt, ob der Mage weitergeht. zach mal komm her ja ich komm schau mal ein licht da reinlaufen schau mal ganz viele rollen gemacht ich müsste hier lang das schwein aber der ist anders aber die mit den zwei handechsen die müssen nach oben ist noch eine kiste und da ist der bär also auch was was gibt mir so viel xp oder wir laufen da lang ich komme mit lucky war gerade 15 eisengeschoss drin und du sagst das nix ja da ist einer da ist alle das realisiert sein bär wenn wir gleich mal treuern okay hier sind schon mal zwei das ist gut wenn wir jetzt rechts gehen dann kommen wir noch nee das ist der dem wir getötet haben wo wir dann wieder so ein boh schütze aber die drop chance ist hundertprozentig anscheinend please don't say that hmmm wir sind gerade rechts rumgelaufen hier war der bär hier war der bär hier war der bär hier war der bär der bär ist links glaube ich kein aggro nee wer ist blind nee keiner von uns spielt tank bt hat tank gezockt hier waren wir doch gerade da wo wir nicht lang gehen wollen sicher ja wir waren da ja dann müssen wir wieder umdrehen oder ich weiß halt nicht wie der respawn ist alter ich hab mal meinen ist das ne kackwest Junge leck mich nur noch sechs stück wie ich hab nur zwei wie du hast nur zwei nein aber Spaß warte mal ich guck mal ob die schon wieder respawn sind da ist auch so einer ne doch nicht ne lass mal da durchgehen naja lass mal hier durch das wäre jetzt so entspannt halber noch zwei dds bei ne ja aber hier ist du 30 aber oh 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 noch noch naja 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 ich geh mal für die dungeon da runter steine kloppen hier mach mal da jetzt können wir vorbeilaufen glaube nicht wo die alle pullen Okay. Okay. Jetzt rechts kommt wieder der Motherfucker. Ja. Den wir nicht pullen sollten. Wir müssen doch mal in den Häusern gucken. War das mit Legionär? Die haben dieses gelbe Zeichen drüber. Oh, ach man. Müsst ihr aber schnell machen. Hier kommt der Bär. Nee, der kommt hier gar nicht. Doch, hier war auch gar der Bär. Ich wollte nur die Kiste haben. Da war hier unten nicht ein Bär und so ein Vieh. Also auf rechts ist einer. Ja, die müssen wir machen. Jetzt gehen wir hier mit System vor. Das gefällt mir. Wir wissen auf jeden Fall jetzt wo drei Stück sind. Ja, da habe ich markiert auf der Garte. Spielst du mit dem als Hauptwaffe, Squeezie? Also zum Damage machen. Wer kommt. Oder benutze den nur zum Done. Ich habe leider... Wer kommt, wer kommt, wer kommt. Weg, weg, weg. Auf die Steine, auf die Steine. Oh mein Gott. Stein, 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 Stein. Hier bei mir. Oh Gott, aua. Die haben ja Scharfschützen. Die Aho-Game ist auch okay. Macht so unfassbar viel Spaß. Perfekt. Okay. Du mal Argo. Rückzug. Warte, wir können hier runterlaufen. Warte, wir können hier runterlaufen. Aber das ist wieder so ein Mage. Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Wir machen wieder Assassin Creed. Scheiß auf den Mage. Aua. Ah, das ganze Ärzte tut weh in der Jammer. Ja, ein bisschen. Was ist da unten? Na ja. Sonst haben wir aber nicht hier, die wir brauchen. Auch nicht. Ich auch nicht. Ah ja. Ich auch so. Ich habe da ein Loch reingemacht. Ich habe da ein Loch reingemacht. Ah ja. Ich habe da ein Loch reingemacht. Ich habe da eine Axt vielleicht gedroppt. Hast du eine gedroppt bekommen? Ich habe da unten vielleicht. Ne, leider nicht. Aber ich könnte was anderes... Was ist passiert? Er hat sich Korb wieder drunter gemacht. Kannst du hier langlaufen? Ah ne, da sind welche. Fuck! Ich lauf kurz. Ich lauf kurz. Hier ist El Diablo gewesen. Der Marloch mit. Der Marloch mit. Aua. Ich bin wieder bei El Diablo. Hier war doch auch einer gerade. Ne, über El Diablo an dem... Oh mein Gott. Ja, ich bin wieder rausgelaufen. Nein. Die haben mich getötet. Oha, die haben mich gef... Hallo, El Diablo an Friendly in Cherno. Jetzt kriegt der eine Typ auf die Fresse von dem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey Diablo! Hey Diablo! Ich pull hier alles, ne? Ich pull hier alles, ne? Ich pull hier alles, Alter. Ich hab ein Problem. Ich bin hier gefangen. Oh hier, hier bei mir. Markier schnell, markier schnell. Bei mir. Oh mein Gott. Ich mach jetzt an, stuck. Und ich hoffe so nicht, dass ich ihn auch noch mal aufgekommen habe. Oh, oh, schnell, schnell. Aua. Naja, der hat mich ums Haus gebaut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuck! Die schönere Maut. Hilfe. Nein. Nein. Junge, ist so knapp, Alter. Wo liegst du? Kann ich dich da holen? Hier sind drei Mobs. Ja, den, den du meinst, ist der, den wir am Anfang hier gekillt haben. Ja, ich komm da hin. Ich kann nicht respawnen. Ich muss in die nächste Stadt. Der Zelt ist zu weit weg. Nein, zu weit weg. Das dauert jetzt ein bisschen. Und blabla, danke für den Wieser am 17. Oder diese Quest, ne. Hier ist ein Zelt tatsächlich. Ja, benutzt das. Hey, Jamal. Ja. Bist du von den Bufen soweit, dass du auch Zweihandex und sowas machst? Unter welcher Kategorie fallen die? Weiß ich jetzt, ich habe halt gerade ein Legendary-Crafting-Rezept gefunden. Okay. Aber wenn du die herstellst, dann gebe ich dir das, weil. Macht ja mehr Sinn, als dass ich das selber jetzt lerne. Herstellen werde ich dir auf jeden Fall. Okay. Dann tue ich das nachher mal bei mir in den, äh, in die, ins Lager und dann gebe ich dir das nix, weil wir uns sehen. Voll süß, das hat ich auch vielleicht eingeladen. Bist du neidisch, Leon? Süß dann. Hattest du den markiert gehabt? Ich stehe direkt neben den. Okay. Oh my way. Brauchen wir ja danach nur noch fünf Stück. Oh my way. Ja, ja, vielleicht haben wir aber Glück, dass die Typen drei, äh, die wir da haben. Hier unten. Die drei unten sind wahrscheinlich wieder respawned, wenn der hier wieder da ist. Warum ist Baki hier und sagt nichts? Weil der wahrscheinlich gekommen ist, um zu helfen. Aber wir haben keine Freunde, uns hilft ja keiner aus der Gilde. Jünger weißt, wie schnell wir da durch wären. Baki, denkst du nicht, nö. Ich auch scheiß auf, wenn deiner Ritter ist, um es müde. Ja, Mann, das ist das neue von rechts pushen, Alter. Ich mach mit Puma grad meine Waffen. Ach komm, hör auf mit deinen Erzählungen hier. Baki, wohin des Weges? Äh, wir sind auf Utgard. Gut, okay, cool, cool. Wir haben mehr davon. Baki, ich pull wieder alles, ne? Hallo, Gerdes. Ach so, hinter mir jetzt nochmal. Oh mein Gott, ich bin hoch. Wo seid ihr denn alle? Junge! Jamba, was machst du? Baki hat alles gepullt. Junge, ich bin einfach Ninja. 88 Leben, Alter. Er freut sich ein gewisser Streamer bei der Zahl. Oh Mann, ey. Ich hab beim Film erlebt. Okay, wir haben Phineas aber selber fast tot, haben alles erobert. Das ist doch langweilig. Das ist ziemlich ausgeglichen, obwohl wir hier auch am Föhnen sind. Na, pass Kinderfarbe. Ja, wo bist du? Aber... Äh, ich stehe hier gegenüber von Gottes. Komm, hier hoch. Hier, 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 hier. Junge, wo rennst du hin? Bist du besoffen? Hier hoch. Hier, hier, hier. Wo ist denn hier? Ja, wir pingen doch, Junge. Schnell, 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 schnell. Wir vergangene, Junge. Ich glaub, da dauert noch, ob es selber gematcht wird. Nächste Woche kommt erstmal der Trans, hoffentlich. Aber dann wird der Server, glaub ich, hier... Oh, voll, hoffentlich. Wo ist denn der Bucky? Hinter uns. Ja, Bucky, komm rüber hier. Puller. So, das sind 120 Gold. Ich? Oh, oh, nö. Junge, bist du stuck? Ja. Oh, guck mal, der ist auch so ein Boss. Das fand ich wieder aufs Dach. Nee, Lila ist absolut eklig in Farbe. Bucky, du musst... Boah. Du musst da runterspringen. Und dann kannst du hier hoch. Warte mal, wir können den jetzt eigentlich poolen, ne? Grunde genommen können wir den poolen. Warte mal, braucht Bucky die Kills auch? Oder kam der jetzt nur her? Er redet ja auch nicht im Chat oder so. Ja, lass runtergehen. Oh, die machen den großen Ball. Lass uns mal beilen hier. Gehen wir noch ein bisschen. Gut. Was ist denn jetzt los? Achso, das Match. Weh. Pizza essen. Leute, ich hab die Schanze gefunden. Boah, die machen da unten den... Oh. Oh, lass die hinterherlaufen. Ja, ja, ja. Wir machen dann die Bosse mit denen. Auf geht's. Junge, jetzt rasieren wir hier durch, Alter. Müsst du aber Schaden machen, ne? Denkt dran, sonst kriegen wir keine... So, jetzt kommen wir mal mit einer Armee. Junge, man geht's mir auf einmal ab, Alter. Ach, die looten alle Kisten hier. Hey, was geht ab, Ratti? Hallo! Nee, nee, die skaliert nicht. Ach, ich... Du musst trotzdem noch heilen, Jamal, ne? Ja, ja. Ja. Ähm, Horst, danke schön für die Wiese im Pfiff. Jo, 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 grüß da sofort. Glück auf, mein Freund. Schau mal, der, der hat's schnell. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Hier ist noch eins, Jamal. Schnell, Jamal. Ja, ja, ich weiß. Wir machen grad die Waffe für den Raw, der mit... Du meinst, die Piraten, ne? Guck mal, warte mal, wollen die die Portale machen? Nein. Bin die ja gar nicht. Gehen die echt nicht kaputt? Oder sind die aber nur zwischendurch mal nicht... Also... Nee, die gehen gar nicht. So ein... Weißt du, so viel Content. Nimm die einfach raus und fixen das nicht in einer Woche. So, wo ist das Problem? Oder das Spiel ist wie 90% der Pommesboden. Copy, paste. Ja, mag ja sein, aber wir reden von Amazon. Fix das einfach so. Du hast genug Personal und Geld. Soll ich aus Versehen, äh, Boost, Bruder? Nee, mach ich einfach. Scheiß drin. Wer kommt? Äh... Ah, Oma, da hast du dein Bär. Ja, das war ja... Ich hab dich auch mal auf dem Gepult. Auf dem Gepult. Ja, auf dem Gepult. Ja, auf dem Gepult. Wer macht denn zu? Mach das schon. Aber was bekommst du denn? Nee, ne? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Kein Geräusch. Ich halte die ganze Zeit auch schon nach der Quest, Dinger. Die müssen ja auch gleich kommen. Es kann doch Sender deskalieren, ne? Ey, ich kann doch ein Level jetzt hier drin, ne? Bestimmt. Highscored, wenn du da feierst, der. Aua. Hm. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Wie lange brauchen die denn zum Respawn? Tag. Alle zwei Minuten oder so sind die wieder da? 100. Was geht hier ab, Alter? Zwei Minuten. Nein, nein. Mila kann nicht mitspielen. Nein, nein. Hast du schon, wenn du es mal auf die Sitzel? Nein, nein. Wimpen. Yann. Ich habe ein Haus, aber ich habe noch keine Trophäen gebaut oder gekauft Ja, ne, ist klar Lieber? Bei mir habe ich ganz gerade nicht, aber die anderen will ich wieder Scheiß auf den Wackel auf Ah, den hier unten könnten wir doch voll, ne, aus Versehen Junge, ich bin wohl Und da kommt er, oh oh Junge Junge Haha, der eine ist tot Der eine ist noch nie Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Nein, ich habe gepult Du bist so ein Wichser, ne? Dann war einfach ein Aschloch Da liegen so viele Tote Junge, die schreien sich gerade im Flügelstück an, wer hat den gewollt? Das ist da noch so einer Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, hier ist alles voll mit den Dingern Der kam um die Ecke, glaube ich, Big Smoke, Alter Der knüppelt hier alles weg Ich bin gepickt, du brauch ein Haus Ich geh schnell auf den Balkon, Alter Da kommt Diablo Oh, ne, kann ich da hingehen Komm her Ja Warte Oh mein Gott, hört das, hört das, hört das, oh mein Gott Nein So greift der mich an Ich brauche ihn wieder bei dir Aua Aua Ich bin down Junge Stell dir mal, du bist der größte Wichser der hier Du bist so ein Wichser Der Team chertscht einmal in die Gruppe, Junge Du bist so ein Wichser, Alter Ich hätte nicht gedacht, dass das so endet Aber lebt noch einer von euch? Ich, ja Ja, komm mal hier hoch, Junge Oder Bucky, bitte Wir leben uns Die hasten uns jetzt schon, Alter Du bist so eine Ratze, Junge Kann ich da hinkommen? Nein, kannst du nicht, Junge Doch, kannst du Nein, hier sind die beim Mops Die Rennereien mit Lift to Win, Alter Ich bin ganz weg Und schon mal pullt er vor den Bus Halt's Maul, ey Zeltlager, ne? Hey, Leon, komm mal schnell zu uns Also, ich glaube, der Ding ist wieder hier respawned, ne? Ach ja, ist er auch Wer, wer, wer? Ja, der Typ ist hier wieder respawned Komm schnell Ja, ich bin unterwegs Ich hab den nicht Lassen Sie mich doch bitte in Ruhe Du musst dich beeilen, Alter Ja, ich bin unterwegs Ich muss mit dem Feinden Wo seid ihr denn? Ah, ja Ah, schön Der Bucky rennt hier durch wie nix, oder? Oja, was macht der da? Das sieht mir kompliziert aus Warum hat der B-Agro auf mich, Alter? Ey, warum denn jetzt auf mich? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin Ah, da vorne Aber safe spot schnell Hallo Ja, 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 ja Dodge 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 Ja Oh, herrlich, Alter Bucky auch einfach Komplett Sonnenbrille vom PC, Alter Keine Ahnung Oh, nicht hinten Oh, nicht hinten Ja, komm her Ach, ja Hä, was macht der denn? Also, Simpour ist eigentlich Den Boss da zu besiegen Ist gar nicht mal so einfach Ah, ja Genau Der ist bestimmt einfacher Wenn man da geplant hingeht Anstatt den einfach zu pullen Und der die Gruppe in den Rücken haut Der ist so ein Weg da Wir können bald wegkranzen, Alter Alle hast du uns Okay, wo waren die anderen zwei, Noah? Hier unten, da, wo der Bucky gerade ist Ja, genau Okay, dann, let's go Warte Nee, lass da hinlaufen Alles drauf, Junge Perfekt Bucky, such schon mal einen safe spot Ah, da oben ist, glaube ich, einer, ne? Ich stun Ja, komm Ich kann nicht Hau rein Alle, hopp Alle, hopp 1, 2 Ach, ich hab den Namen gar nicht Ich hab den Namen gar nicht Ich hab den Namen gar nicht Alle, hopp Alle, hopp Oh, okay Reich mir deiner Hand, Bruder Ich probier was Einfach mit Inlandskater Wir sind gleich seit 3 Stunden unterwegs Und wir haben eine Krise Will ich bekommen Oh mein Gott, wo hat's mich denn hin? Oh mein Gott Und auf ein neues Komm hier, nimm meine Hand Nimm meine Hand Ja Lock mich nicht Ja, wie kommen wir jetzt da rüber? Na ja, räumen wir leider Geht das? Ja Das geht wirklich, ne? Ja Nein, das geht nicht Nein, das geht nicht Ich bin in dir drin Ach, du hättest noch Ich bin in dir drin Warte, ich geh aufs Fass hier rauf Aufs Fass Hier ist wieder so ein dicker Typ Ach, du meinst, der Mr. Inlandskater ist wieder hier, ja Guck mal, das kennt man, ne? Ich drohe, alle ignorieren Hier, hier, hier Ne Ne, da geht's raus, da geht's raus, da geht's raus Ganz falsch Ja, warte, da vorne ist Bucky, der hat den Bär wieder gepult Oder wir gehen von draußen Wieder nach da oben, dann ist komm ich einfacher Komm mit, komm mit, ich hab ne Idee Oh, ach Mann, wie soll ich? Oder kannst du mich mal heilen, Alter? Keine gute Idee Oh, ich hab's Ich hab's geschafft Und Bucky auch Guten Morgen Ja, kommt da mal, Mann Komm, Bruder Kein Netz Hier, steckt noch Ich kann da jetzt hin Such mir da einen Safe-Sort Ja, da war grad ein Spieler Hier ist ein Safe-Sort bei uns, ne? Schafft man, schafft man da mit der Axt rüber zu kommen, wo wir gerade waren? Ja, ja, klar Will ich Ich bin einfach gesprungen Und Bucky ist runtergefallen Assalamualaikum Der Mars sollte auch noch mal vor, hier hinzukommen Warte mal, die drei markierten Dinger, ne? Ne Wo sind die anderen zwei gewesen? Die waren alle hier in dem Umkreis Okay Aua Was ist denn jetzt passiert? Mein Chat ist aufgegangen, Alter Junge Ich schieß jemand an Ne, das mach ich aber nicht Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind Okay Okay Okay, okay Hast du ne Axt schonmal? Ne, hab ich nicht Aber ich hab nen Rapier Vielleicht geht das ja damit Jetzt hab ich gerade schon versucht Mach von ganz oben Mach von ganz oben Von da Und dann hier rüber Ja, siehst du Ja, da ist einer Also hier sind wieder zwei Hä? Hä? Wie sind die Minen her? Wie kommt die Minen her? Wer hat den Magier geblüht? Bucky wieder Hier ist einer Hier ist einer Hier muss da auch einer sein Wie bist du da hingekommen? Lüge doch nicht immer Ich lüge nicht Tschüss Bucky Okay Okay Bucky rennt hier durch Wir könnten gleich runtergehen und helfen Okay Oh mein Gott Sollen wir runtergehen? Bleib da stehen, Bucky Das ist voll viel, ne? Ich hab mir das schaffen Ja, warte Der wird da Der sucht sich Selfspot Der hat einen, okay Keiner sagt dir Hallö Shinovio Alle sind hier Müde Die wollen alle RP sehen Auf Immortal Du bist angeschossen Und was hast du gestern so den ganzen Tag gemacht? Oh, ich hab einen Tag für eine Quest gebraucht Kommen wir jetzt rein da in die Pommes Profispieler, lass nicht Zeit Denkt dran Ihr seid alles Casual-Spieler Und hört auf, unseren Progres zu stoppen Ansonsten wir fortfangen euch Ja Junge, wohin will der? Wer, was schießt denn heute alles auf das? Hab ich da RP gehört? Wer hat die denn schon wieder gepullt? Ich weiß wer Bucky Hier unten war nur einer, ne? Oh, ob hier Wo? Äh, ne da unten war keiner Natürlich Einen hier im Gang haben wir gekillt und war hier unten in der Mitte nicht einer Hier irgendwo Ja, da, 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 da Hat einer hier Bucky oder so? Genau Und der Mage ist wieder am Start Perfekt und der Mage geht auf mich Egal, lass den hier fetzen Dann nur noch zwei Wollen wir nicht hier einfach chillen und auf Respawn warten? Genau Die Dinger respawnen in 14 Minuten, in 15 Minuten sind wir dreimal durchgestorben Aber hier war irgendwann noch ein Dritter Ja, wir können ja jetzt Damage, ne? Ich schlapp den Gang durch Ich war ein Dritter Oh, Miene Aua Boah, ich hab voll Hunger Eigentlich schon, ja Bei Hunger nicht verzagen, Jamal fragen Ach so, klar, dass der sich das Erz holt, Alter Wer soll sich denn sonst holen? Erzähl mal Hm, 15 Minuten Schon lange, ne? Ich glaube, dass die 15 Minuten Respawn Time haben Das sind echt lange Wir wollen wieder zurücklaufen, da sind die wieder gespawnt Ja, da ist aber nur einer, dann brauchen wir immer noch einen Ja, dann laufen wir wieder hierher und dann ist Ich kann doch nicht sagen, dass es hier nur so wenig gibt Nö, es gibt bestimmt mehr Aber die Gruppe vor uns hat ja alle Plack gemacht Hier waren wir noch gar nicht zum Beispiel Könnten wir aber hinlaufen Ich geh mich auf Suche begeben, ich schaff das schon Langsam Bleib hier Ja, aber dann Why you do these to us? Pass auf, das ist wieder der Dings Ich warte hier Mach der den! Mach der den! Wo geht der denn hin? Warte, warte, warte 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 Was macht der Bucky? Er zieht Ja, dann können wir auch durchlaufen Ja Bucky's down Kann er sein, dass der Server wieder mal abschmieren ist? Vielleicht noch Server? Ja, Dings Äh Der Uncut-Server meinst du, oder was? Ja, 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 genau Who knocked? No Ich sag, wenn die hier wieder response sind Ey Ähm Der Bruder hat mich in eine ganz missliche Lage gerade gebracht Wenn du bei mir hoch bist Ja, 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 ja Wenn du bei mir hoch willst auf der anderen Seite kannst du hochstehen Aber das ist wichtig Ach, ok Ok nicht, alles gut. Oh oh. Ich hin. Kuckuck. Kuckuck. Seht ihr die da vorne? Könnt ihr die da vorne sehen? Ja, das ist die Maria. Das ist die größte Hure hier in der Stadt. Guck mal, wie der aussieht. Kuckuck. Kuckuck. Die drei von der Tankstelle, Junge. Hier. Wie du aussiehst, Alter. Nicht nur ein Kicker in den LP, sondern auch hier. Oh Mann, ey. I respawn. Echt? Das ist auch gestern bleiben. Voll die gute Idee, hier zu bleiben. Was machst du denn? Ich hab voll die Schelle kapiert. Finsta Blue, Dankeschön für die WeStar beim 18. Huckuck. Keine Ahnung, warum wir von dem Argo haben da hinten. Einer noch. Ja, aber der spawned doch. Oh mein Gott, hinter uns. Hä? Keine Ahnung, woher die kommen. Flieht, ihr Narren. Fuck, hier wieder. Hör mal, wohin? Wir brauchen nur einen. Ja, ich weiß. Ich geh wieder aufs Haus. Wenn der respawn ist, dann müsste der unten gleich auch respawnen. Ja, ja. Hallo Lars. Ich bin so froh, wenn ich hier weg kann, ne? Hier unten musst du gleich... Ja, ja, da, 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 da. Werf ihn ab. Ja, genau so. Wo ist eigentlich Bucky schon wieder? Ich glaube, der hat sich schon rausgemacht, ja. Aufreden. Wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Ah, jetzt müssen wir Dings machen. Portale. Aber wir können Low-Level-Portale machen. Das sind so drei kleine, dann sind 50. Okay. Ja, ja, weg hier. Äh, wo sind welche? Wo hast du Ruhestein? Windkreis. Im Windkreis können wir die machen. Ja, let's go Windkreis. Bye, have a beautiful time. Mr. Epic Pain. Dankeschön für den Wies am 7. mit Kekus. Huh, huh, huh. Keine drei Stunden. Je, 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 je. Ich mach mein... Warte mal, scheiße. Macht der Bucky die Quest auch? Ne, der war doch Mage. Ich glaube nicht. Der hat Fire-Stiff mal irgendwas gespielt. Gott, der macht eine andere Quest, oder? Jetzt aber Beeilung, Alter. Oh, falsch. Das war jetzt aber nicht ruhig. Guck, wo du hinten bist. Das sieht auf einmal anders aus. Der wird was schneller da hin können. Ein Spartaner jetzt. Ein Spartaner, Junge. Ich bin Level 30 und halb. Und geht ab. Das Kipp ab, Junge. Ich renne erst mal. Ich renne erst mal. Wie die Gonzales, Alter. Let's go. Das hab ich letztens gehabt, als ich jemanden verfolgt hab im PvP. Echt? Ja, Mann. Der muss echt gedacht haben, dass du cheatest. Jo, da bin ich so an dem vorbeigeslidet, Alter. Und dann war ich auf einmal vor ihm. Und er hat richtig durchgeguckt. Mhm. Dann hat er erst mal volle Breitseite gekriegt. Ja, was. Der ist ja schon sehr gut. Wir haben hier alle Waffen. Ich bin so gut drauf, ne? Schön mit Cheddar, Meadow. Jetzt warte mal, wo renne ich hin? 100? Wir können mal wieder gute Maradeure oder so angreifen. Ich bin Level 30 jetzt. Das geht richtig auf. Ich bin ein klein Putain. Ich bin ein klein Putain. Ich bin ein klein Putain. Das geht auch. Ok. Okay, 50 Dinger müssen wir hier töten. Und am besten zusammen. Nein. Nein. Wir müssen weiter machen. Nein. 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 Die Zeit müssen wir haben. Nein. 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 Das war's. Wie viel hast du? 17 Hallo Kilo Ich wüsste halt jetzt nicht mal die letzte oder vorletzte Quest sein davon Ich glaube danach kommen noch zwei, dann sind wir fertig. Aber zwei Low-Level-Dinge. Das Schwierigste haben wir jetzt schon geschafft Wenn da zehn Leute plus sind, sagt er, lohnt sich das fast nicht mehr. Weil du nicht genug Damage machst oder was? Wahrscheinlich schon. Wirst die beide gleichzeitig sterben? Ey, hier kannst du aber stoppen. So hier jetzt, ne? Ihr seid aber mitten am Gedenksten. Was ist das hier? Was ist das hier? Echt? Das TELEKst近 deinem Oh, schlampelt. Echt? Ja. Dann hast du gern viel Schaß in den Puppert. Immer nur schlampelt? Ja, ja. Dauert jetzt noch was. Warte, wir konnten dafür. Fertig? Oh, wir sind fertig mit der Quest, glaub ich. Nee, wir müssen einmal abgeben und dann kriegen wir... Also, entweder sind wir fertig... Oh mein Gott, da ist nicht los. Oh nein. Oh nein. Kann man immer noch nicht gehen? Doch ihr könnt jetzt eigentlich doch noch Nein, geht nicht Hat's noch 4? Hat schon einer 41 Arzt Wir müssen Ganz nach oben zu dem Outpost Ich glaube wir sind fertig, ich bin mir nicht sicher Geradeaus ist ein Porter Kostet aber ein bisschen was jetzt, ne? Aber scheiß drauf, Digga Ich habe jetzt ein paar Teile gekriegt durch die Portale Füße mit Streitdack sind bei, ja, Streitdack sind bei für PvE halt, ne? Mit Hammer fühle ich mehr für Dings Okay, ist Eisen Äh, für PvP In den CC Beile schon extrem OP, Alter Irgendem Selfie und so Verschließen halt der Uhrzeit Boah Aber Flamme verperkt, ne? Leid ist auf jeden Fall gut, Ratti Leid ist auf jeden Fall gut, Ratti Obwohl ich auch mal Bock hab, was anderes auszuprobieren Weiß nur noch nicht was Ich glaube du musst jetzt nicht mitkommen, Jammer Okay Ich bin ziemlich sicher, dass wir fertig sind Und jetzt der Lektor Die Lektor Die Lektor Die Lektor hab ich mich jetzt erschrocken oder ich mache die quest auf einmal sehe ich einen stabler anstatt die axt und ich dachte mir so im ersten moment jetzt sagt nicht ich habe die falsche quest gemacht aber wir sind fertig inventory hat sich das wenigstens gelohnt ja für den raw damage auf jeden fall wirbeln perk ist halt drauf ich weiß nicht habe ich noch nie gespielt muss noch testen oder plus 28 stärke alter geil guck meine axt ich hab die gebogen dieser feuer jam lohnt sich übrigens wenn du auf der waffe dings hast da mit dem kettenfeuer ne diesen perk für instanzen ja ja monkey news gesagt aber ich glaube ich werde da keine ahnung ein paar oder so reinhauen wo gehen wir jetzt hin wir können mal gucken jetzt wo der junge sack im chat ist kann er uns sagen ach ja wir wissen ja wo das ist ne ne wo das ist weiß ich nicht ich habe davon nur gehört dass da ein sirenen kann sein der kann uns fühlen der ist im chat drin wir könnten mal da hingehen und gucken wie viele da wie viele davon haben das können wir tun die sehen schon sexy aus die waffen die sind zwar eigentlich absolute crap was für ein gem haust du da rein ich überlege noch ob ich nur pal reinhau oder damit der ausdauer ja genau was ist denn best in slot welcher gem für waffe hab keine ahnung gut gut guck 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 Machen wir Hammer Quest? Die ist noch nicht fix, anscheinend, ne? Ich weiß nicht mehr, wo ich die achte. Ich hab den Hammer nicht mehr auf 20. Sonst wird's leveln. Ich geh mal eben immer voll. Immer. Immer bald. Ja, wenn Bucky mitkommt, bräuchte man noch einen. Dann könnten wir da eben hingehen. Wir könnten nur zu viel machen. Aber wahrscheinlich ist der ganze Server da am Dings. Ich denke, man kann sagen, da werden jetzt ein paar Leute auf jeden Fall sein. Gut, ich hab halt echt keine Ahnung, welchen Game ich da reinmachen soll, Alter. Oh, die ist leider gebunden. Aber die behalte ich. Was ist das denn hier? Crap. Oder? Stärke, Geschick. Oh, alles lila und blau bei dir, Junge. Das könnte ich dem Memo geben. Das wird eh keiner kaufen. Crap. Ich hab da auch keine Sache. Warum auch? Warum auch? Äh. So. Okay. So. Okay. So. 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 Ich meine der Gretax. Ja, Execute-Damage ist halt nicht schlecht, Alter. Vor allem wäre das gut gepaart mit Dings, mit Execute selber den Skill für die Gretax anstatt den Wall. Ah, das machen wir schon. Sook, ja, wobei schon Mr. Took. Ah, genau. Guck mal, die Scheiße wert ist. So voll der Gold. Soll wir mal da hinjumpen jetzt gleich, oder was? Wo ist das? Brickwasser. Da, wo wir Factioning geformt haben. Wir nehmen Essen. Guten. Guten. Welchen Sockel hau ich jetzt da rein, Mann? Echsen. Satisfaction-Ausrüstung. No, 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 check Discord. Wait a minute. Da ist das, okay. Okay. Dann noch mal. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, kommen sie, kommen sie. Hallo Giffy, komm schnell. Wir gehen farmen. Ich weiß nicht, ob Bucky mitkommt. Wir gucken das einmal an. Bist du noch in der Stadt gerade? Ja. Kannst du mir einen, welchen Gem machst du jetzt rein? Maragd. Was macht der? 20% mehr Damage gegen Gegner, die 30% AP nur noch haben. Also quasi als Execute. Kannst du mir einen mitbringen? Ich gebe dir dann das Gold gleich. Den ganz, ganz großen? Ja, ja, ja. Der kostet, glaube ich, nur 200 Gold oder so. Nur 300 oder so. So 289 kostet der. Ja, ja. Mit Gebühren 312. 4. Und führt Einkaufsgericht 315. Ich baut jetzt aber dahintreffen uns da, ne? Yes. Ja, in die Brackwasser. In die Schweizwasser. Lass mal kurz da hinlaufen. Da werden Wifa welche sein. Die das abhaben. Ah, stimmt. Die Glack. Ufa, scheiß drauf. Lass mal den einfach angucken. Guck, wie viel Damage die jetzt macht. Guck, wie kommt auch mit. Trade. Warum kauft ihr den teuersten? Oh, ich glaube, ich habe den teuersten gekauft. Die Sortierung war, glaube ich, falsch. Ich habe 500 zurückgezahlt, Kollege. Habe ich nicht gesehen, aber 100 Gold ist einfach genix wert. Ich kann mir leisten, das ist nix wert. Hast du markiert, oder das? Jo, rechts unten. Ah, so eine Mini-Map wäre schon was für eines, ne? So, hab Krieg. Good luck, have fun. Und viel Glück. Genau, Oma. Ist ja schon wieder neun Gold gemacht. Ach, du Toni! Ich hab doch nen Adder, ich weiß. Da sind zwei Bosse, die respawnen alle zwei Minuten und ein Boss davon ist quasi fast wie ein One-Hit. Und dann sollen die das Zeug droppen. Jo. Ich glaube, als ich letztes Mal Asmongar zugeguckt habe, hat er das zehn Stunden lang gemacht. Und bei dem sind grüne Sachen gedroppt mit 591. Das ist schon ziemlich hart, ne? In grün. Mach mir. Junge, wenn ihr drei Stunden lang, als ihr irgendwelche Elite gekloppt habt, dann fühlen sich normale Mobs dann wie Papier, ne? Yeah. Wir gehen jetzt Elite farmen. Maschallah. Unten rechts, oder was? Jo. Kann man dazu kommen? Ja, einen Platz haben wir noch. Ich hab grad einen von TE da weggeklatscht im PvP-Gebiet. Wenn das ohne so einen Arena-Boss ist, kann man da innen mehreren durchlaufen. Wenn zwei, drei Gruppen machen sogar. Ja, aber je mehr Leute da sind, desto weniger Loot kriegst du. Meinst du das? Können wir mich in den Weiten? Leute haben doch nichts mit dem Loot zu tun, oder? Doch. Du musst zehn Prozent des Gesamt-Damage machen. Sonst kriegst du keinen Loot. Wenn zu viele Leute da sind, ist der Mob woher nicht. Bruder, ich hab absolut keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Und das sieht nicht gut aus, jetzt. Für alle, die jetzt keine Axt dabei haben, das wird ein Problem. Ich glaub, für uns alle wird das gerade ein Problem. Wir werden sterben. Doch nicht. Ich hab nur nichts gegessen. Ich werd gleich irgendwann was essen gehen. Lassen wir das erstmal aus, ja. Gibt es Leckeres bei dir? Keine Ahnung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir da oben auf die Brücke müssen. Müssen wir auch. Das heißt, wir müssen irgendwie links, wo der Nahter gerade ist. Das ist denn durchs Gebiet, oder? Es ist so schlecht. Nee, Alter. Jetzt durchs Wasser laufen. Ich schmeck förmlich den Teich in meinem Mund. Komm mal an da, ich kann nicht schwimmen. Alter, Lämmelänge, ey. Ich mein, gib mir in dem Wasser keine Tür. Oh Gott, das ist ein großes Problem. Oh, ich war jetzt noch. Ich suche hier einfach mal durchs Gebiet zu laufen. Oh, ein großes Problem. Akkodil. Na, mach das. Akkodil. Ich da, stopp dich. Na, danke, dass ihr mir hilft, ne, ihr Dreckling, Alter. Willst du das machen, oder was? Na, jetzt hat wir Angst, das Akko ist mir egal. Aber ich bin hier oben drauf schon. Ey, Junge. Bye, have a beautiful time. Basti, danke schön für den Weez-Up im fünften. Grüße. Grüße. Ah, die Stelle kenne ich aus dem Video. Man muss gleich nur so komisch jumpen, Alter. Müssen wir mal gucken, wie die abmachen. Irgendwo da vorne ist das. Schau mal, da hing einfach deinen Einkaufszettel an dem Mast. Oh, fuck. Hier ist das irgendwo. Die Wuhren werden hierfür gebannt, weil die immer wieder da hingegangen sind. Oh, da ist der Boss. Oder? Oh, was werft den hier auf uns? Cool einfach mal. Jetzt haben wir mit zwei Healer bei, ne? Okay. Wir haben ja zwei Healer bei, ne? Hm. Okay, das war kein Boss. Der Boss ist da, glaube ich, drinnen. Der ist riesengroß. Ja, aber es gibt so einen kleinen und einen großen. Wenn du jetzt durch die Tür gehst, links musst du hochspringen. Ah, da ist er da. Da ist der Boss auf jeden Fall. Links. Ach, hier muss man hochspringen. Hier. Ich weiß nur nicht genau, wie die das gemacht haben, Alter. Nee, links gegen. Also in der Ecke. Gegen die Ecke links. Auf Crack oder so? Genau da. Nee, da sind wir eben hochgesprungen. Ah ja. Nee, ist klar. Gut. Wenn sonst nichts ist, ne? Oder wir gehen einfach die Treppe hier kurz hoch. Nee, das geht nicht. Stimmt. Hm. Dann lass uns doch erst mal den Boss töten, oder? Ist der da hochgekommen? Also er ist merklich. Wie bist du da hochgekommen? Du musst die ganze Zeit blocken, okay. Okay, hat recht. Einfach nur blocken. Ja, ich denke mal nacheinander. Wo hin? Wo hin ist die Frage? Links, 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 links. Hier, oder was? Ja. Okay, ich hab verkackt. Ah, wo in dem Video war das, Alter. Irgendwo haben die einen getötet hier oben. Aber der Blood Rage. Ich glaub, der Tobi weiß das. Das sieht aber jetzt nicht so einfach aus, ne? Das wundert mich halt auch. Aber vielleicht haben die grad Wow oder so. Wir waren die ganze Zeit da, die haben alle Pause gemacht. Aber wo ist der Miniboss denn dann, wenn du hier die ganze Zeit warst? Dann beantwort uns da mal die Frage. Äh, wir haben nur den dicken gemacht. Ja, hier ist aber auch noch ein kleiner irgendwo. Erstmal müssen die einen Jump schaffen. Da war schon noch ein bisschen super... Aber wo spawnt der, Tobi? Wo spawnt der? Hier oben, oder nicht? Du musst blocken, ne? Beim Springen. Die ganze Zeit blocken. Letters. Je, je. Da kann man da doch ruf, oder was? Genau. Was genau? Wo Nate steht. Hier spawnt der, oder wie? Ach so, deswegen waren die da oben. Ja, da müsst ihr den Boss töten und da spawnt dann der andere. Hier spawnt ein kleiner Boss. Der ist fast so gut wie One-Hit, glaube ich. Soweit ich das gesehen habe. Und dann den dicken töten. Dann wieder den kleinen, den dicken die ganze Zeit. Weil da stand eine Gruppe bei uns. Wir sind da hochgesprungen, haben nichts gesehen, sind runter. Haben nur den dicken gemacht. Ach, wir müssen erst den großen töten. Die haben doch zwei Ranges, oder nicht? Dann lasst uns doch, dass die Ranges hier oben bleiben. Wenn der kleine Boss so gut wie One-Shop ist. Bruder, ich weiß nicht mal, ob wir den schaffen. Wir haben nämlich keinen Tank, nix, ne? Also, wohnen wir jetzt da und komm. Gesundheit. Ich hab keine Ahnung, wie viel Damage der macht. Ich muss den halt senken. Aber wir haben zwei Heilerbeite. Ich hab keine Ahnung, wie viel Damage der macht. Ich hab keine Ahnung, wie viel Damage der macht. Das ist das, ich habe viel Zornisgef aviseter. Zerde, ich bin zum ughensки. Zerde, ich bin dran mit mir. Und dann habe ich mitaan, viel Verlichungenathie gesagt. Keine Ahnung, wie próprio Damage der wives f现在. Gut, aber neben mir gesagt, Untertitelung. BR 2018 Jetzt nicht alle, erst alle nacheinander. Und jetzt gleich soll der Ding spawnen. Wann der hier oder auf der anderen Seite? Ja, wo ihr gerade steht. Auf der anderen Seite der Arena war noch eine Bosschess. Könnt ihr gleich noch heben. Hier soll jetzt gleich einer spawnen. Könnt ihr denn durch oder was hier? Einmal können wir ein Blatt durch an die Treppe. Rechts neben der Treppe. Ja, aber die können wir gleich auch noch holen. Das ist jetzt hier Watermark Leveling, ne? Wie lange dauert das, bis der respawn? Zwei Minuten halt? Ja, das geht flott. Wir brauchen halt mehr Damage hier. Ja, eigentlich könnten unsere Leute auch noch kommen, ne? Giffy könnte noch kommen und eine zweite Gruppe aufmachen tatsächlich. Oder nicht? Ja, wenn wir noch eine zweite Gruppe hier haben, dann ist es, glaube ich, easy. Ja, lass mal ein paar Lotte noch holen. Ihr seid alle stinker. Wenn die wieder ihr ein Thema neu aufsetzen würde, würde die auch dazu kommen können. Aber die spielt ja lieber irgendwelche Spiele, wo sie ihre Pferde in die Luft jagt. Ihr Quäler. Es ist in die Luft geflogen, nicht gestorben oder so. Es ist einfach hoch geflogen. Ja. Also ich habe gehört, es ist gestorben. Nein, es ist in die Luft. Also vielleicht ist es tot. Ich habe es nicht wieder gesehen. Oh. Oh, was. Richtig. Richtig. Wo ist Giffy? Wo sind die alle? Verschwunden. Wo ist Beatty? Beatty hat Besuch. Hat er ja schon gesagt. Oh nein, das Spiel war noch auf. Aber wir sind doch 37 Leute. Haben wir da keinen, der Level 60 hat? Ja doch, da gibt es ein paar. Aber der eine hat anscheinend keine Arzt. Ich meine, es ist deren Schuld. Alter, sind die rumgimpen. Aber hier spawnt irgendwie gerade nichts. Ich glaube, der Timer ist nicht zwei Minuten, oder? Ich glaube, bei sehr vielen Leuten ist es zwei Minuten. Ich glaube, der hat einen Schwerd, der hat einen Dings gedroppt, einen Schwerd. 509er. Ah, deswegen ist das kaputt gegangen. Und jetzt können wir den wieder Dings. Da, 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 da. Lass mich mal bitte antenken, ja? Warte, warte, warte. Baki hängt fest. Der muss erst. Nein, jetzt. Oder das, also. Lass mich antenken. Ach, hier gibt es gar keinen Antenken, Alter. Ja, ich kann nicht. Jetzt ist, die Junge, die Hitbox, das ist nur verwachsen, Alter. Ja, wir wollen. Einer muss Baki wieder benehmen. Äh, der hat mich gewonnen. Pass auf, da sind Mops, ne? Oh, okay. Denk an die Tour jetzt. Vorsicht, da hast du mir mal. Der Hedge-Reiter. 510er, Junge, geht immer weiter hoch, ne? Na, 510 ist wohl direkt, wenn du mit 60 startest, wird dein Watermark auf 510 gecappt. Nur 520 habe ich jetzt hier. Na, dann hast du schon ein Dings. Upgrade im Watermark. 520, grau habe ich. Das ist egal. Das ist nur der Slot. Aber ist das, das ist kein Bug-Abuse hier, ne? Nö. Das ist ja nur Dings. Der war spawnt ja normal. Der spawnt ja nicht schneller als sonst. Oh mein Gott, der ist eigentlich ganz gut, ne? Oh, wäre der vom E-T-Level höher? Guckt euch mal die Perks an. Oh ja. Der ist mit Schockwelle, Alter. Oh, der ist richtig gut. Der ist richtig sexy. Ui. Und die Teile kann man halt alle verkaufen, ne? Wenn ihr irgendwas findet, was ihr traden wolltet oder so. Ich habe einen Bogen und ein Gewehr. Weiß nicht, wie die Moskete hier ist, die ich gepostet habe. 510. Hat 16 Decks drauf. Einfach Dings. Ja, ich habe an den Beinen doch ein Pick-Up. Das sind die Sachen. Ah, stimmt. Beim Aufheben gebunden. Ja. Weil der hier oben droppt, ist beim Ausrüsten gebunden wahrscheinlich. Ja, hier oben habe ich die Moskete. Ja, die war Pick-Up. Eigentlich ist das aber gut, dass wir nicht so lange gebrauchen. Ah doch. Erst nach dem Dings fängt der Respawn-Tammer an. Wir brauchen noch ein paar DDS hier. Dann können wir schneller formen. Aber hey, ich bin Giffy. Ich gehe lieber Pflanzenfarm oder was weiß ich, was der gerade macht. Wo ist der denn? Wohin haben die noch gequestet? Aber ich glaube, da waren die fertig. War das mit Maudi und Space Pirate und so? Also Reeves und Giffy haben Burnout vom Questen. Sauber, der Benner kann die Trophys herstellen. Maulie ist erst 44. Da kommen Leute. Ja, ja, ist doch gut. Da kommt eine ganze Gruppe. Dürfen nur nicht zu viele Gruppen sein, weißt du? Sonst kriegen wir diese 10% nicht her. Ja, 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 ja. Nippler war, die deutsche Übersetzung verpackt ist. Bleib mit einer Gruppe, der Loot ist schlechter, je mehr Leute da sind. Ja, aber das kannst du halt nicht verhindern, wenn jetzt nur eine andere Gruppe kommt, ne? Klar, jetzt ist er da. Das ist halt echt One-Shot, ne? Ja, ja. Ach, der ist hier. Oh Gott. Nein, ich bin runtergebackt und ich komme da jetzt nicht ran. Echt nicht? Heilung? Versuch mal anzupacken, vielleicht komme ich ja in die Arena. Wir haben zwei Heiler, ne? Ja, wir haben Casting- Ja, Mann, ich habe den in die Arena gebracht. Hallo? Küffi, komm ran hier. Hey. Junge, die Hitbox ist so verbuggt, ey. Ja, bei den großen Klichern ist das richtig erhitzt, wenn du hinter den stießt. Manchmal hittest du und manchmal gar nichts. Mit der Headshot leider noch mehr, weil die die Range-Klicks waren. Jetzt hätte ich zum Beispiel nicht mal mit der Greataxe. Ah, die holen da Tor hier, guck ich da rein. Ich habe vorgehe, glaube ich, nicht auf, weil der Boss noch am Leben ist. In welche Stadt muss ich? Three-Quarter. Three-Quarter. Schuppen-Pulver. Legendary. Booth-Guard. 40 Euro, by the way, Junge. Jo, 530er kriege ich jetzt schon gedroppt. Ich bin jetzt 505, 520. Das sieht bestimmt richtig gut aus, Alter. Nein. Oh, guck mal, die Boss. Hey, das hast du eine Frau? Was habe ich? Frau? Gut, da stand da vorhin einer da drin. Braucht denn hier jemand? Ich glaube, die wollen den Boss gar nicht töten da hinten. Grab des Propheten, sag mal. Nein. Absolut-Katastrophen-Stats. Ja, ja. Auch die Perks sind nicht gut. Wenn ihr den detectt, bevor ihr die Tür kaputt macht, kann keiner rein. Was ist das für ein Crass, ja? Reshade. Oder ich habe hier Glühne-Sport. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist, was ich hier bekomme. Anwaltest du mich in eine Gruppe, Jack? Geht nicht, wir sind voll. Nee, Jack. Habe ich ja gesagt. Jack ist nicht glücklich. Ich kann noch nicht runter. Ich brauche gerade noch Eisert. Das ist hart. Äh, brauche Nate, komm mal her. Oder irgendeiner, der einen anderen drin gebraucht. Nein, ich kann nicht hartrücken. Keine Ahnung. Hm. Die brauchst du wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. Dankeschön. Soll ich hinlaufen? Der Hammer ist richtig gut, Alter. Wird der ein bisschen höher, ne? Aber den kann man so, glaube ich, aufpacken. Also ich würde den kaufen. Wenn ich den sehen würde. Braucht man eine bessere Axt langsam, Alter. Den habe ich ja auch gekauft. Den kann man aber gar nicht verkaufen. Ja, ich habe vergessen, Medium-Amba mitzunehmen. Egal. Egal, Giffi. Beim nächsten Mal. Egal, Demba. Ist egal. Kannst du auch den Skin nennen, dann könntest. Vom Vast? Wie meinst du? Gibt ein Statement zu den Serien-Gun-Farm. Lasst euch nicht reporten dort. Da habe ich gelesen, aber die Leute, die das gemacht haben, die haben folgendes gemacht. Die haben den hier getötet. Den Boss hier. Und sind aus dem Gebiet rausgerannt, da hinten hin. Damit der wieder respawnt hier. Und dann sind die wieder hierhin gerannt, wieder hochgeklettert und haben den wieder getötet. Und die wurden auch gebannt. Für einen Tag, Alter. Aber wir killen ja beides. Memo, bist du schon 60? Habt ihr da jetzt runtergekommen? Ja. Könnt ihr bitte runterkommen? Ja. Bucky macht Slash Unstock. Ich verstehe nicht, wie man da hinterspringen kann, ne? Der ist runtergefallen durch die Mission. Manchmal kommt man, wie heißt das nicht, über diese Kante rüber und man fällt dazwischen. Ich weiß, aber das gezielte Spawn... Nein, das ist kein gezieltes Spawnrock. Das ist der Respawn Timer von dem Mob. Achso, warte. Dafür kannst du nicht gebannt werden, für das, was wir hier machen. Weil wir warten den ganz normalen Respawn Timer ab. Wir forsten die Mobs nicht zum Respawn, indem wir aus dem Gebiet rauslaufen. Und selbst wenn die, dafür sollen die machen. Wenn die für eine Spielmechanik waren, die die selber nicht fixen, weil das kein Exploit ist... Obwohl, warte mal doch. Oder? Bleib drauf, Mann, um die Tür. Ach, der Mob haut die Tür auf, ne? Ja. Okay, never mind. Dann ist jetzt kein nix, das läuft. Und selbst wenn die dafür war, Bruder. Also ich meine, das ist jetzt nicht böse, ne? Sehen wir ja noch. Oh, der wäre fast bei uns angefallen. Warte, Tagge, zeige ich sofort. Rimmstab. Dann tagge auch in Walpen, wo ich bin. Dann stellt euch da einfach mit dem Rücken jetzt hier hin, so. Wir müssen nach hier hin. Rackwater. Hallo, Pete. Welcher Effekt hat denn Sorg auf dem Ball? Sobald der Mob 30% AP hat, mache ich 20% mehr Schaden. Also quasi execute things. Please note that repeatedly chain spawning mobs is consulat. Ja, chain spawning mobs, Bruder. Aber wir spawnen die nicht. Die spawnen von alleine. Ich mach mal den, äh, hat hier an vom Kosmetiker. Aber so ein Wolfskopf. Er schreibt gerade. Du musst warten, ne? Ja, sag dir das nicht. Wieso mal lieber da unten bleiben? Mit Chainspawn meint die ja genau, dass du den tötest und dann aus dem Gebiet wegranst und dann wieder herkommst die ganze Zeit. Woopti, aber ich weiß nicht, ob das der beste Game ist, ne? Für Dings. Für Milis. Wo hast du den gedroppt gekriegt, Nate? Den, äh, Head? Jo. Hier. Ui. Okay, was machst du jetzt gerade da, Griffi? Und der ist sogar ganz gut wieder, ne? Ach so, die Tür ist offen. Lass dich doch einfach da unten sterben, links. Da kommt einer runter und beleb dich wieder. Und trotzdem Leute für beide gebannt. Ach ja, wenn das so ist, ist das so. Bist du tot? Oh, da unten stehen aber noch zwei, weil der andere die gepullt hat. Einer ist weg. Ich bin nur noch einer. Spawn-Timer ist halt einfach zu niedrig. Ich habe keine Ahnung. Manche Mobs respawn nach zwei Sekunden, manche nach fünf Minuten, Alter. Man weiß ja nicht, was hier zur Norm gehört, ne? Ich bin Ruder gefallen. Äh, du bist... Ich muss blocken, ihr müsst euch beeilen, ihr müsst euch beeilen. Blocken und springen, bitte. Oder mach wie Nate. Ganz alternativ auch runterfallen. Du bist die ganzen Mob-Staticse. Oh, das ist... Bruder, der stuckt mich halt hier. Was soll ich machen? Lass dich umbringen. Einfach blocken und springen, dann... Ja, an sich. Nein, das gleiche ist schon wieder tot. Ja, Bruder, er stuckt mich. Ich kann nicht springen, wenn der mich da stuckt. Jetzt zündigt er mich. Jetzt ist es hier zu, man kennt mich. Bruder, bloß spawnt. Bruder, ich. Pass auf, hier kommen ne andere Mobs. Oh mein Gott. Wir haben zwei Heiler, Alter. Ja, Bruder, ich bin... Ich war im Reviven. Ich bin stuck hier. Ich bin down. Jung, ne? Abgebrochen worden. Ja, reset, jetzt geht nach oben. Ja, ich bin wieder tot. Ja, ich versuche tot zu kommen. Geht gerade nicht. Komm, die haben auf mich geschlossen. Ach, das war jetzt schon wieder jung gewesen. Solche Pfeifen, Alter. Ohne Witz. Muss hoch, nein. Versucht hochzukommen. Blocken, 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 springen. Nein, blocken beides gleichzeitig. Genau. Erlebt meine... Wenn ihr oben seid. Ja, ich glaube, sind wir jetzt weg. Ich bin oben. Ja, wir sind oben. Wer ist da jetzt unten? Ich bin unten, aber ich habe gekleidert, damit er hochkommt. Ist jetzt noch einer tot? Oh, XO, XO. Ja, aber wo ist denn der? Ja, ich bin tot. Ich bin gefinished von dem Boss, aber ich kann da natürlich nicht respawnen. Sollen wir jetzt ohne dich machen? Ja, müsste er. Ich muss jetzt hinlaufen, von dem Windkreis aus. Ich kann ja so lange Giffi in Weiten. Ich bin hier schon in der Gruppe drinne. Kannst ja ruhig so eine Bange. Halt, Klappe, Katze. Böse Mieze, Kotze. Alter. Macht es Spaß, da auf da rumzustehen? Ha? Du musst Heelpots ausführen, oder? Du poolst gleich Mobs durch die, ne? Und deine Mobs? Ja. Mach das jetzt zum ersten Mal. Nein, die Katze kriegt gleich 10 Euro. Wir müssen den Tagger und die anderen, die müssen 10% mit Damage schmecken. Ich bin bei Tagger und so in der Brücke. Ja, okay, dann haut raus. Alter. Undere Mobs hier. Hier habe ich aber nicht gepullt. Irgendeiner hat die gepullt. Da sind halt auch Randoms hier, ne? Einer, glaube ich. Hä? Kein? Ich glaube, du kriegst nicht mein Loot. Was will der Loot mich kehlen? Was soll das? Auf 20. Oh, 510, aber das ist ja das normale Cap, ne? Mit Level 60. War aber eine andere Geste durch. Das war nicht die liebe Geste. Ich habe 520er Lifestyle gedroppt. Oh, dann hast du erhöht. Vorsicht. Oh, die sieht bestimmt mega dick aus, Alter. In Kunst, die 500. Warten wir es, Tagger jetzt auch hier oben und so? Ja, ja. Okay, alles klar. Da sind jetzt nur noch Randoms. Ihr müsst aufpassen, ne? Stellt euch am besten hier hin, so. Wenn der gleich spawnt, der kickt euch sonst runter. Wir ziehen den ran. Und Follow. Dankeschön für den Wissam 7. Von 19 Minuten, Bruder. Und Serbe. Dankeschön für den Wissam 7. Ebenfalls. Und Josi. Oder Josi. Jochi. Josi. Josi. Danke für den Wissam 7. Habe ich da Josi gehört? Ja, nicht der Josi. Ja. Das Ding ist jetzt. Giffi und Tagge. Und so. Die müssen jetzt auch 10% vom Damage machen, ne? Jetzt haut gleich nicht alle drauf. Also wir haben jetzt noch eine Jack in der Gruppe. Nur der Jamar haut einmal drauf. Ein Auto-Hit. Und der Giffi haut einmal drauf. Sonst kriegt ihr keinen Loot. Weil der ist fast One-Hit. Jamar, hast du gehört? Ja, ja. Ich mach. Ah, ja. Und Giffi dann. Der spawnt genau da vor uns. In der Ecke. Nee, Follow. Sorry. Das spawnt, ja? Ja. Ja, direkt an der Ecke da. Willst du nicht sehen. Und da mach ich nur einen Auto-Hit drauf. Ja, mach eine Attacke und Jamar macht eine. Das zählt dann für deine Gruppe und für unsere. Und dann gehen wir alle drauf. Hallo, Epic Fail. Nein, nein. Der ist One-Hit, Junge. So. 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 Okay, lass die auch drauf haben. Ja, ja. Pass, pass, pass. Ja, hat gezählt. Äh, mich. Haben wir Loot bekommen und einer von uns Loot bekommen? Nö. Ich hab nix geduldet. Nö. Okay, aber wenn Jamar Loot bekommen hat, dann ist es okay. Alter, hab ich was dickes gekriegt. Geht's runter? Mach, äh, warte, geht wieder hoch. Wir haben da nämlich alles voller Elite-Movs. Spielernbelänge. Hopp, 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 hopp. Ich denke, wie das aussieht. Die werden ja so verwecken. Wir müssen gar nicht so weit hoch, ne? Da, wo könnte ich stehen. Ah, jetzt können wir, jetzt können wir. Die wollen, die wollen, die wollen, die wollen. Ihr müsst ja nicht punkten, ne? Geht, da muss das 10% Gruppen-Damage sein? Jaja. Ja, okay, das müssen wir easy hinziehen, denke ich. Auf Frost machst du wahrscheinlich wieder, bei dem. Frost ist besser? Jawohl. Oh. Oh. Gib dick hier jetzt ja noch. Das macht schon mehr Spaß, wenn die mehr sind. Ich hab Loot bekommen. Zwei lila Sachen grad bekommen. Ist nicht immer 100%. Die ganze Gilde Kekwee wird mein Support. Wie das aussieht. Was machen wir? Ich komm nicht mehr hoch. Einfach nach links, einfach nach links gehen jetzt. Ey, Leon hat mich drunter gedrückt. Ne, nein, war das. Ich fiss dich da hoch. Ne, ich warf ein bisschen rum. Jeder für sich gefällt. Merke ich mir, merke ich mir. 505. Nen Schild. Ich hab 5 Ice-Gounted bekommen. I, da kommen welche hoch. I, da kommen welche hoch. Nen Schild mit 12% weniger Bedrohung. Block, 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 block. Block, block, block. Oh, ich hab Dings bekommen für Tank. Ich hab nur Muskete gekriegt, ne Dicke. Ey, jetzt, wenn hier andere jetzt sind, dann müssen wir den backspammen, ne? Ja. Das kann sein, dass der eine Gruppe dann keinen Loot kriegt. Warum macht ihr das, Gamer, eigentlich? Was habt ihr, Junge? Hä, was was? Was schreibt denn der das? Wir hätten was reingeschrieben. Area oder so? Nein, im Gebiet steht nix. Macht sich erstmal leider um die Bierlöse. Im Fraktions-Chat eigentlich. Der hat das im Fraktions-Chat geschrieben, ja. Hör mir die Bierdose auf. Junge Jack, wo bist denn du? Der hier. Der steht da auch. Guck dir mal meine Dings an. Spam direkt auch hier rein. Brauch ich Gold auch für Schmuck? Mit Reshade-Abo. Ja. Ja. Wir spawnen, ne? Ja, genau da. Wir blocken uns alle gegenseitig, ne? Hört auf, ich stehe fest. Verteilt euch mal ein bisschen. Macht durchbreit, Jungs. Also direkt alles reinkloppen, was wir haben. Ja, muss er jetzt. Wenn die Randoms sind, auf jeden Fall. Guck mal, die Randoms sind dumm, ne? Der fliegt da runter. Ja, der hier, der Loki, der fällt da runter. Ja. Lass den ruhig, lass den. Ich zieh den direkt ran an uns. Jungs, guck wie wir aussehen. Vor den Zischofaten, Alter. Guck uns an, Junge. Lass da gehen, Foto. Wir stehen hier mit Axt, Junge. Alle so voll auf Dings, auf Items im Geigen so. Guck uns an. Boah, hier ist sogar Platin drin. Eih, da brauchst du immer mehr. Jungs, jetzt noch nichts Gutes. Wir fahren gerade Item-Level. Guck wie wir aussehen, Alter. Guck wie wir aussehen, Alter. Wir machen erst noch Fotos zum Reporten. Ja, wer kommt denn da? Folgen. Ja, der da reingeschrieben. Warum macht der Gamer das? Was machst du denn, Junge? Ach Junge, ich war gebetet. Ich dachte, der kommt jetzt. Du siehst, dass der kommt, weil links dann der Tor sich repariert. Guck mal, er. Alle Slash Dance auf drei. Eins, zwei, drei. Was macht der denn, Junge? Oh mein Gott. Sex röst. Oh mein Gott. Sex röst, Junge. Ach, der ist bei Black load. Jetzt, jetzt, jetzt. Sauber, verdut gegeben. Mit Stroh? Ja. Okay. Ich bin stark mit Volken. Ich bin stark mit Volken. Oh Gott. Bye. Hast du dich beteiligt? Ich hab jetzt mal eine Schelle. Au, au, au. Picsebuben, danke schön. Fühl mich da mit dem 31. Richtiger 31. Danke, Jamo. Komm schon. Jack, pass auf, da hinten sind noch Mops, ne? Ja, ich weiß, aber... Hab dich, Jack, alles nicht. Hm, besser ist er. Wenn ich nochmal so'n Chip reinhabe. Also das gefällt mir, dass der so schmilzt. Oh, hier bin ich. Jack, hast du loot gekriegt bei den einen Brandenrunden? Ja, bei mir ist diesmal nichts dafür. Also wie gesagt, das tropft nicht immer. Ja, und wenn man so viele ist, dann das recht nicht. Er hat auch nichts gedrückt. Ach doch, der hat nichts gedrückt. Das grün ist zweimal. Naja, auch nicht. Ihr Fochels aus dem Weg. Junge. Ich schwebe. Ich schwebe, hört auf. Ja, jeder für sich, ne Nate? Jeder für sich. Aus dem Weg da. Oh, Fochel hat Ärger. Kommst du weg? Wer hat Ärger? Der da unten. Richtig Loot, geil. Ich hab'n Schild bekommen, Alter. Mit zwölf Prozent weniger Bedrohung, Alter. Wie sinnlos ist das denn? Das ist ein Glück. Wir können sogar hier oben stehen bleiben, eigentlich, ne? Das ist ja ne friedlichen Tenschen. Ja, ihr müsst, ihr müsst Damage pumpen. Wie viel Gold hast du noch? Äh, 24. Ich hab nur noch zwölf. Ich hab'n Taschen herstellen lassen. Oh. Kann ich mal überlegen, ob ich Dings kaufe. Ob ich Haus kaufe. Für 10k an bis 10€. Immer noch kein Haus. No. Nö. Aber hast mich mal rat legend. Aber... Ich weiß nicht, ob 10k Haus ist im Windkreis, ne? Jo. Muster haben, Junge. Allein wegen Storage schon, wegen den Trophäen, ne? Ja, aber... Ob im Windkreis das 10k Haus, so meine ich. weißt du, oder an einer anderen Location. Ja, da oben rechts ist noch ein Bug. Eigentlich wollten wir in dem letzten Patch gefixt haben, haben sie auch groß angekündigt, aber man kennt den ja, ne? GTMP, Junge. Jacke ist schon wieder ganz nervös. Du siehst auch aus, ne? Wie Jonsnay, Alter. Charakter, Jonsnay. Mach euch doch nach vorne weg. Guck mal meinen Hut an, Alter. Jufi, du musst den ganzen Feuer bei einfach machen, ne? Ja, okay, dann mach ich Q. Der Feuerball. Q steht für Feuer. Alle nervös, Junge. Was ist denn mit euch? Wenn das Tor ist vorne, könnt ihr alles spammen. Komplett nervös, Junge. Braucht Loot, Junge. Oh, da kommt noch einer. Das ist der Fockel wieder. Ich weiß. Erfolgen. Er macht Liegestützen. Junge, der macht Sex, Rüßdienst, ey, danke. Ich bin einfach stuck hier, ne? Ich kann nicht nach vorne laufen. Ja, besser. Mir fällt so ein Niveau nach. Wie so ein Geländer für kleine Kinder. Der Master Cook. Jetzt, 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 Ben, Ben, Ben. Alter, war der schnell weg. Papa, komm. Ich nicht. Was ist denn weg? Ich hab Loot, Loot, aber ich hab ja ein grünes. Die grüne Sachen. Drei grünen. Nein, nein. Wer macht's denn wieder? Exo, Exo. Egal, Anstag. Als ich da letztes Mal Anstag war. Junge, wie kann man denn da fünf Mahona sein, Leon? Ehrlich. Ist er ungeschlafen, Alter? Bucky ist tot. Oh, oh, Bucky ist tot. Kann man denn davon sterben? Bist du ausgeschlafen, Bucky? Ja. Wie lucky das? Ah, Bucky ist tot. Wie ich's geahnt habe, Jack. Ja. Jetzt sind die 4K-Kritz. Alles für den Loot. Oh, ein grünes Teil. Auch. Der gab kein Loot. Ach, noch schneller. Der könnte spawnen. Ja, Mann. Kann sein, dass der nix mehr droppt, ne? Wie, der droppt nix mehr. 510er-Bogen. Boah, der sieht bestimmt richtig sexy aus, der Root. Wir machen bei uns einfach ne Reihenfolge. Erst mach ich, dann mach Teggle, dann mach Zele und dann mach Güffi. Immer Eissturm miteinander. Jetzt ich? Klapp wunderbar. Ja, ich muss ja schon Eis von der Eissturm. Ah, Junge. Nächste Zele. Das ist halt die Fassung. Ja, top. Gifi. Hat er keine Eissturpen? Ja, Güffi. Ja, ich hab Cooldown. Ja, gut. Da mach ich. Was ist mit Bucky? Bucky hat auch Eissturm. Bucky ist ein Sponsor der Gruppe. Jungen, der hat 15 Sekunden Cooldown. Wer war das? Bucky. Ja, Loki braucht immer noch ein bisschen was da oben ist. Mach. Ja, hä? Wie ist es denn Cooldown so schnell vorbei? Ich hab 13 Sekunden. Wieso hab ich 17 Sekunden? Wüstung. Wer will küssen, Junge? Black Lut ist genauso als Kicker wie wir. Der zieht sich aus. Der könnte einfach von uns sein, ey. Was habt ihr denn für Probleme? Ich ziehst du jetzt gleich auf jeden Fall. Hört auf, mal meine FPS. Bumfer, sein Recher wäre schon wieder kaputt. Suche Freundin weiter. Die Queue bei euch und bleibt ihr da. Wir bleiben hier, wir haben keine Queue momentan. Ah doch, aber nur so 100 oder so. Zwei hat sie gefehlt. 200. Ne, zwei. Zwei. Der war einfach Platz zwei. Bumfer, sein Mainboard wäre jetzt hier durchgebrannt. Ich glaube, hier werden einige von weg transen. Ja, die Map uns. Ne, tatsächlich plötzlich. Wir haben nämlich einen Krieg gestartet. Gar nichts, Alter. Alles gehört uns. Alles gehört uns. Die Web gehört den Leuten, die meinen, die hören auf, meinen Progress zu stören. Ah ja, das ist ja mal. Du Casual. Wir haben auch keinen Progress, um Leute zu stören. Ihr Casual-Spieler hört auf. Das sind denn Casual-Spieler. Leute, die arbeiten gehen. Ich überlege, auf den englischen Server zu gehen. Haben von uns auch ein paar, weil die sich für absolute Elite halten. Und vielleicht stimmt er doch irgendwo. Aus dem Weg, der könnte was genug. Ja, Mann, der hat was genug. Ich habe einen Lifeself bekommen. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, dass das Profi-Gamer sind, ne? Junge, das ist einfach nur eine Massengilde. Das ist ein Multigaming-Clan, Alter. Nein, aber die sind halt für Profi-Games. Die halten sich für krass. Ja, aber nur weil die rein schwitzen, Alter. Ich habe gestern einen von denen gesehen, der von dem 28er weggelaufen ist. Ja, recht. Das war Dember. Jetzt bin ich 30, meinst du, was der jetzt macht. Und nur weil die irgendwelche Wars führen, seitdem die Level 30 sind, weil die direkt mit 500 Mann auf den Server gekommen sind, heißt das nicht, dass die krass sind. Halbe GTA-AP, Jungen. Das ist wie GTA-AP damals am Flughafen stehen, wo die Leute abkommt, die einfach kurz eingereicht sind. Ja, ja, ihr joinkt meine Gildie, Jungen. Die haben zum Jamar geschrieben, dass er weiterlevin sein soll. Und nicht ihren Progress stören. Naja, Progress 46 Mal, Alter. Haut rein, Jungs, da kämpf ich nicht mit. Was geht denn jetzt hier für eine Pommes, Alter? Ich bin casual, da kämpf ich nicht mich, mich interessiert. Auch nicht. Ich muss hier hoch, Junge. Nimm mal mit, komm, nimm mal mit. Mann, ich wollte Naid vom drücken. Der Marsch im Regen, Jungen. Game ist ein bisschen zu laut, ne? Los, Bucky, beweg deinen Arsch. Helfe ich da kurz noch mit? Ist jemand da unten am Kämpfen? Die Grundschüler mit eben 5K-PC sind halt super toxik und verstehen das Spiel nicht. Meinst du auf deutschen Servern? Also, es stimmt schon. Ist ja keine Lüge, dass in der deutschen Community die Leute eher so... sind so... Ach, guck mal, Thomas, da vorne ist noch ein Ernst. Da geh ich mal kurz hin. Und Europa ist halt eher so... Jo, lass mal Spaß haben. Bin verdammt gut in dem Spiel, aber ich will trotzdem Spaß haben. Das habe ich in TBC gemerkt. Als wir TBC gespielt haben. Welcher Kanon, du kommst in Roten, Kärme? Wo bist du auf einem deutschen Server? Kannst du einfach nicht spielen. Allgemein nicht. Aber uns steht ja noch frei zu tanzen. Keine Ahnung, was die anderen sagen. Mal gucken. Rufstreet eSports, wann? Soon, Oma, Soon. Ja, Mann. Das hat schon seine Vorteile, auf einen internationalen Server zu gehen. Welche denn? Dass die Leute besser sind, vom Spielen her. Dass die getrillter sind. Das sind wir schon mit der Elite hier. Ja, ja, klar. Kann kein Englisch bleiben. Die Elite ist das... Jo, wir haben 600 Tamassengilde. Wir versuchen hier einen Exploit zu usen. Und wenn du uns in eine Quere kommst, dann reporten wir dich mit allem. Das ist die Elite hier. Die haben in Guild Wars schon nichts gerissen, Alter. Die werden auch hier nichts reißen. Dankeschön. Hey, weh, du glaubst du uns unseren Exploit, dann reporten wir dich mit 20 Mann. Richtige Schwitzer, wenn nämlich alle mit Ice-Gaunt nicht in den Krieg gehen, Alter, und deren PCs sprengen. Da wäre der Bomber wieder traurig, ja. Kann ich aber auch verstehen. Ja, auch. Ich level erst mal entspannt. Wenn irgendwo Open PvP-Action ist, gucke ich da vorbei und sitze mal sehen, was dann geht. Ich auch, ich renne einfach da rein. Ich ruf mich. Willst du denn hier reinschützen? Ruf mich. Wen juckt das, wenn du ein Gebiet hier hast, oder wo? Wird schon ein Screenshot machen, ausdruck an der Wand hängen. Ich ruf mich dafür nachher Profi und beherrsch mir eine Waffe. Perfekt. Aua. Die Ranke nervt mich. Wartet man noch ein paar Monate ab. Ja, fünf, sechs Monate, dann sieht man in dem Spiel richtige Schwitzer. Dann sieht man auch neuen Content. Es gibt hier, äh, ich glaube sogar, dass die auf Utgard zocken, eine richtig heftige Guild Wars-Gilde. Die zocken, aber die leveln sehr, sehr entspannt, weil die nebenbei noch Guild Wars zocken. Information von Tim. Wenn die 60 sind und die haben, ist es mir so vorbei. Weil da ist hier nichts anders als Guild Wars, nur ein Schlecht. Bringt halt nichts für eine Power Level zum Tor zum Kackebiss. Jeder spielt halt so, wie er will, hör mal, ne? Naja, nicht Druckwelle. Oder ist das Druckwelle? Weiß ich gar nicht. Nein. Zorn hat auf jeden Fall schon Krieg verloren, Alter. Ja, Mann. Das zählt. Irgendwie, ich habe kein Loot mehr bei dem, ne? Hat unsere Gruppe Loot bekommen? Ja, ich habe Loot bekommen. Du siehst das immer an der XP. Wenn du XP bekommst, aber zählt das für die Gruppe oder für das Ding? Ja, ja, ja. Das zählt dann für die Gruppe. Loot bekommen hat. Nein, da habe ich jetzt nicht loot bekommen. Wenn ihr da oben Akkups zieht, ne? Dann resettet der vielleicht, ne? Ja. Ich mache es wie in jedem Spiel. Abartig sucht nur in einer der schnellsten sein wollen. Hat natürlich Vorteile, Alter. Aber du die ganzen Exploits benutzen kannst, die man frisch rausfindet, wenn man High Level ist. Bevor sie gefixt werden. Erzähl mal, so wie auf eine Mauer springen. Nee, ich habe nicht geschwitzt. Ich habe übel lange gebraucht zum Level noch. Guck mal, der hat mir jetzt XP gebracht, aber keinen Loot. Ja, mir hat der aber Loot gegeben. Ja, nur grüne Sachen. Irgendwie da so ein Schild. Timmer spielt auch Guild Wars 2 international. Timmer ist eine absolute Guild Wars Legende, genau wie Jack. Was war denn Jack? Jack ist eine Legende in Guild Wars, Junge. Was ist das denn? 510er steht. Stärke ins. Schnapp. Egal, Verkauf mal 10 Gold. 2 Tage Townboard durchgeballert. 38 Stunden, Junge. Richtig. Ja, habe ich gefahren. Ja, mal sehen, die bleiben meist unter sich, aber ich werde mal mit denen wieder in Kontakt treten, wenn die 60 sind. Das ist das ja auch das Thema, ne? Also allgemein jetzt in New World. Es gibt hier Leute, die sind absolut krass, weil die vielleicht vorher Guild Wars gezockt haben und so. Die sind noch gar nicht 60. Die chillen ihre Eier, Alter. Aber wofür sollen die rushen? Hier gibt es mit Sicherheit auch noch Gilden, die am Chillen sind, Alter, die alles übernehmen werden. Bei uns gibt es eine krasse Black Desert, geht da die Reste hart aus. Jo, da war auch Siege war. War auch wild. Echt? Jo, die war krass. Jo, das war ein richtig, ich kenne kein Spiel, wo man so hart griden muss. Das war fünffach und man auch schwitzt da. Das ist ja nicht das Spiel mit diesen Quests, ja, tötet 500 von den Dingern. Ja, ja. Und dann kommst du wieder, kriegst zwei XP, Junge, Alter. Und freust dich. Wo du am Tag, mit Level 60, grindest du zehn Stunden am Tag, hast drei Prozent Erfahrung gemacht, stirbst einmal, hast eins vor fünf Prozent verloren. Das war damals die Lineage 2, wenn du gestorben bist, hast du XP verloren. Ja, hast du beim BDO auch, also Black Desert. Das war ekelhaft. Das ist aber heftig. Imagine einfach, du stirbst, Alter, du bist gerade Level up und zack, bist wieder 59. Aber irgendwie wäre das auch geil, Alter. Das ging nicht. Nee, das war gecapt. Ich finde auch, ich finde auch, dass man in diesem Spiel hier einfach PvP forcen muss. Dass man sich nicht dafür entscheiden kann, Jo, ich mach einfach aus. Du musst einfach damit leben. Aber ich glaube, das war ja so geplant. Nur dann haben zu viele Leute rumgeweint. Genau. Und deswegen wurde das Spiel ja mehr PvE-lastig. Und deswegen kamen wir auf das. Wo ist der PvE-Content? Das war BDS. Habe ich ja auch noch nicht gefunden. Es gab vorher keine Dungeons. Vorher gab es null Dungeons. Auch das Gebiet oben war nicht da. Das merkt man leider auch. Nee, keine PvP-Gebiete, aber ich hoffe, dass die auch noch kommen. Die Map wurde ja gedarrt, mein Alter. Die Map ist ja doppelt so groß, wie die jetzt ist. Ich hoffe, dass da so richtige PvP-Gebiete kommen. Da kommt dann noch Wüste und so, altes Pharao-Gebiet und so. Ja, Mann. Und ich hoffe, dass da diesen Monat noch alles kommt, weil nächsten Monat kommt GTA Live. Guck mal, was er fragt. Was sagt er? Meine zu Fanboys. Bye. Have a beautiful time. Ghost, danke schön für den We-Star beim 31. Bei GTA Live kam wieder ein neues Video, ne? Mit Polizei. Ich hoffe, dass die die Bullen-Karren unterstrahlt haben. Jetzt hab ich X-Men bekommen. Jetzt gib mir mein Loot. Oh, jetzt hab ich X-Men bekommen. Ich hab X-Men bekommen. Platz da aus dem Weg. Ich hab Loot aus dem Weg. Ich muss heilen. Oh, ich hab Harvest-Schuhe bekommen. Ich auch ne X-Men bekommen. Ich auch ne X-Men bekommen. Ich auch ne X-Men bekommen. Eternal Ice. Emblem of Fortitude. Oh, nice. Was ist mit dem Boss los? Der ist verbuggt. Der macht gar nix, Junge. 40 Euro. Die ganze Zeit. Ja, ist auch so spicy, Mann. Jeder, der kommt und sagt, ich bin nicht krass, dass wir in die Bespiele Jünger das absoluter Lutscher. Es gibt so viele unterschiedliche Spielweisen. Guck mal, der Juri, Alter. Der ist nur am Angeln. Und der hat absolut Bock drauf. Ja, lass ihn doch. Und das ist der Wettbewerb. Aber solche Leute brauchst du auch später. Du kannst ja hier so gewisse Rollen annehmen. Du kannst ja ganze Dings irgendwelche Clans und so mit Fische beliefern mit den Legendary oder mit Buff Food und so. Wichtige Frage, wann erpinnen wir hier? Geh nicht, Junge. Loot. Loot, kein Loot. Ich hab Loot bekommen. Ich hab nix bekommen. Er hat Spoiler bekommen. Oh, zwei Epics. Zwei Epics. Immer gut. Wobei, das muss ich aber sagen, das ist wirklich geil an dem Spiel, dass du für die Berufe und so ein Stück weit belohnt wirst, ne? Und auch XP bekommst und Level-Kanzler durch. Momentan machen alle das, was wir gerade machen in unterschiedlichen Gebieten und da droppt dann einfach irgendwann 590er hier. War das das Höchste, was du craften kannst? 600. Ja. Wow. Happy New World, da seh ich mich. Ich stehe dann am Brunnen und tanz totaler. Ich hab mir schon vor meiner Bude, leider ist das instanziert, also in einer anderen Dimension, das Leute, die ich nicht sehen. Ich hab mir so einen Stuhl hingestellt und wollte all dirty push spielen, Alter. Runter vor meinem Rasen, du Drecksblach. Verpiss dich doch. Wie kann man das interpretieren, Jack? Du könntest locker hier AP'n, Alter, so ein Battler spielen, so. Was hast du gezeigt? Company Shed? Oh, wild. Wenn die den Heal-Stack entfernen im PvP, dann wird es richtig spielst, meinst du, da nur eine Heal-AOE fehlt? Oh, das wär krass. Oh, das wär richtig böse, Alter. Das wär, 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 Nee, du kannst dich halt besser platzieren. Jetzt ist das halt so, jeder spammt den Heal in den Zerg rein und nichts stirbt. Außer wenn du, wie wir bei Cyrus gesehen haben, aber das hat er leider viel, viel, viel zu spät gemacht, außer wenn du mit drei, vier Kanonen oder so da reinkleidst. Weil dann kannst du das nicht mehr gegenhellen. Du musst ja mehr Damage-Output haben als Healinput. Oh, Giffy. Aus dem Grund ist das Attacken in New World auch, ich sag, in Anführungszeichen so schwer. In Anführungszeichen. Ist das eigentlich überhaupt gar nicht. Was ist das? Achso, es gibt die Gruppe, die weniger Healer hat. Und das ist der Punkt, Timmer. Und da gibt's eine richtig schöne Schieß-Taktik. Wie du deine Gegner einfach komplett frustrieren kannst. Aber das ist echt was für Gilden, die absolut reinschwitzen. Wofür ist denn dieser Hut? Ist das plus zwei Item-Quality? Ja, das ist, wenn du quasi craftest von 500 bis 5.5 und dann trägst du den dabei, Drew-Crafting, dann craftest du von 5.2 bis 5.7. Das ist maximal plus 15 kannst du da haben. Ich hab den erstmal genixt. Immer die Healer abfacken, aber dann ist das so eine One-and-Only-Chance. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, es gibt hier nicht mal Heal Reduction. Ah doch, ich glaub, Rapier oder so, die Waffe hat eine Heal Reduction. Und du hast halt, nein, nicht Blutung, Heal Reduction, ein Debuff. Ich glaub, Rapier hat das, aber mit Rapier oder wie da immer ausgesprochen wird, kannst du halt nicht in den Krieg gehen. Das ist eher so für Damage-Dodgen und ein kleines Burst-Fenster haben. Und dann hast du halt den Hammer mit Stun, sonst hast du hier gar nichts, Alter. Okay, jetzt hab ich keine XP bekommen. Ich hab eine Named-Muskete bekommen. Bullets, oh, oh. Wem hat's wieder runtergehauen? Ach, die hab ich auch gecheckt. Checkt. Hast recht, auch in 5.4-10. Auch in 5.4-10? Ja. Unsere gesamte Gruppe hat keinen Loot bekommen, grad, ne? Ja, doch, ich hab bekommen. Okay, dann zählt er aber nicht viel Gruppe. Ich hab auch bekommen. Hier hab ich auch wieder Loot bekommen. Ja, muss sein. Schon wieder ein Schild, Junge. Denselben Müllhammer, Junge. Die Muscheln könnt ihr gerne mit mich weitergeben. Entweder zwei Autohits, den letzten Hint oder eine Fähigkeit, dann zählt der Mob als Angehauen. Aber der ist ja One-Hit. Nimm einfach deine Axt und mach Dings. Zieh den ran. Wer ist denn da runtergefallen? Ich bin fast runtergefallen. Aber warum? Weiß nicht, aber ich hab mir die Damage geschickt von der Seite. Muzanen, Muzanen. Guten Abend, die lieben. Hallo. Herr Güffi, guck mal, die hier, den zweiten Perk davon. Mit Safi. Die, da, da, die. Das ist eigentlich so ein Stück. Wenn du nicht guckst, die würde ich auswählen. Welche Maske hast du gefunden? Diese Kugelhagel? Bulletstorm. Bulletstorm. Ja. Ja. Hab ich mal ausgerüstet jetzt. Also nach meiner ersten PvP-Erfahrung gestern hab ich auch instant alles umgespeckt. Nö. Wer hat umgespeckt? Ein Zimmer, gestern. Er hat doch Moskete gespielt. Größter Fehler, kann ich dir sagen. Die Leute versuchen halt Moskete im Wort zu backstammen und so und das funktioniert halt null. Das ist so wenig Damage, Alter, was du da raus bist damit. Und bei Moskete ist das so, du musst permanent Headshots machen, ne? Ne, ne, Moskete ist gut, really. Geht. Als Finne statt vielleicht. So wie die das beim Rohr gestern gemacht haben. War auch gut. Um Druck auf die Links auszuüben, hier die Siege Reapons. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das bei Black Lotus war. Also man hört ja nicht den Discord. Aber ich hoffe, dass die sich wenigstens absprechen, weißt du, die Moskete-Spieler. dass die irgendwie nebenbei noch in der Gruppe chillen und die dann sagen, jo, und selber markieren dann halt, ne? Oh, da kommt noch eine Gruppe. Oh Gott. Geht weg. Hey, hey, Stufe 31, Junge. Mach Tür zu. Hey, Giffi. Yeah. Dein Hut light oder medium? Light. Fuller light. Leon, hör auf. Ist geschlossen, der Erste, der wieder ein Knebel bekommt, Junge. Der Typ jetzt spawnt, dann ist es ruhig 5, 6 Gruppen können die ruhig machen. Du musst nur nur 10% des Gesamtschahns machen, natürlich. Müssen die Highlight mit der Mitschmachen. Ja, kannst du aus jetzt in meiner neuen Frisur. Kann ich gucken, muss auf Mobzone warten. Alter, was hast du denn angestellt? Bist du Udi Völler? Ja, normal, Junge. Wo hast du das her, Leon? Ich will das auch. Oder? 10.000 Gold ist eins. Er wird einfach Perukenverkäufer. Das sind keine Freunde mehr, sag mir das doch ins Gesicht. Oder ich kann nicht einfach meine Frisur verkaufen. Wie du aussiehst, mit diesem Bart, Alter. Ja, 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 ja. Junge, der ist ja geplast. Alter, und da ist der Heft runtergefallen. Keinen Loot bekommen? Ich auch nicht. Ich hab, wie lange liegt der Loot da oben? Köttus, hast du was bekommen? Ja, ich hab drei Minuten. Keine Ahnung. So, die andere Gruppe macht mit. Hey, ihr müsst halt jetzt pumpen, ne? Oh mein Gott, das sind ja voll viele, das sind sieben, acht Leute. Ihr müsst pumpen. Ist halt grad nicht so einfach. Jo, 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 jo. Mann. Mann. Du, ich kriege gar nichts mehr, Alter. Junge, was ist mit dem? Ja, doch. F4S ist grüßen, ne? Ich hab 50, ich hätte es in Ordnung. Ja, 50, ich hätte es aber schon wenig. Aus dem Weg, aus dem Weg. No Loot. No Loot for me today. Loot, Loot, Loot. Auch nicht. Habt ihr Loot bekommen? Ja, aber da oben hab ich kein Loot bekommen gerade eben. Wie macht Platz da jetzt? So ein Pen, ey! Warum schiebt mich an, ich hab schwere Rüstung. Am Anfang hat mir das hier mehr gefallen. Da oben sehe ich doch noch eine Lootbeute. Äh, Dings, Nate. Ja. Nochmal ein Bullets. Komm mal her. Komm mal her. Wo kannst du nicht mehr sie traden? Kannst du nicht antraden? 525 ist das Höchstwort, ich bis ich es gekriegt habe. Ich hab schon höher bekommen, glaub ich. Ich hab bis jetzt noch nicht erhöht. Achso, wegen Spitzhacke. Ja. Kriegst du auch noch grüne Items und so. Weil auch zu schieben. Gehen. No Schiebing, please. Schieb mich an, du Schieberschwein. Gibt heute nichts mehr. Das kann sogar sein, ne? Nee, dafür haben wir zu wenig getötet. Das ist super klar. Wenn wir so viele sind, könnten wir eigentlich auch andere Elite Camps more grinding nehmen. Deswegen geht's ihm auch immer wunderbar. Ja. Ja, da. Campcoach sind super voll. Ich würde erstmal eins ausmerzen und dann eins schwangen. Du kannst den Spot hier nicht ausmerzen, weil du ja immer nur einen Mob tötest. Haun sie Dank, Schüpfel, du bist am 21. Könnten wir auch eigentlich ein Glas Whisky genehmigen, ne? Ja. Lieber ein 5-0er von der Tankstelle, oder? Aber das artet wieder aus und dann trinkst du eine ganze Flasche. Ich habe Hunger. Ich habe nichts gegessen. Wann kann ich hier mal Pause machen? McDonalds. Jetzt. Ich gehe auf jeden Fall gleich was essen, Alter. Ja, geht dann nicht, weil wir hier am Dauernste... Ja, hey, können die doch eben alleine machen. Nicht schlimm, wenn es zwei Leute empfehlen. Warum nicht gleich die Flasche? Alkohol in Maßen, nicht in Massen. Ich nicht. Ja. Beatboxen. Aber edel, Junge. Aber edel, Alter. Wohntalber Jack. Wohntalber Jack. Aber Jack hat sich gebessert. Jack, zeig denen, was du mir vorhin gezeigt hast. Oh. Hast du gehört? Halbe Fassmaphobia, Alter. Junge, sein Hals hört sich wieder gesund an. Kurz passiv mitgeraucht. Ich team speak. Hast du das heute Morgen gehört? Hast du eigentlich mal Filter auf deine Kippe getan? Ich glaube so, Lucky ist mir jetzt nichts. Guck mal, warte mal. Jetzt ist kein anderer Random hier oben. Wir können das eigentlich fair machen. Ja, könnten wir. Ja, wollen wir jetzt wieder so machen, dass... Okay, warte mal. Jamar haut drauf. Und Yuffi. Okay. Wer ist du, Jamar und Dan? Ich bin nicht oder... Ja, und dann... Jetzt. Top, top. Ja, Bucky. Super. Das hat nichts, wo es nicht geht. Oh mein Gott. Das ist einfach so schlecht. Immer dann da, Alter. Hallo, Stream Delay. Stream Delay. Hallo. Ihr habt das, was ich schon gehört. Ihr habt Loot gekriegt, ne? Nein, ich habe nichts bekommen. Gar nichts, habe ich bekommen. Aber ihr habt auch nichts bekommen. Ihr habt Erfahrung bekommen. Nein. Nein, aber nicht. Ihr auch nicht. Okay, dann hat irgendein... Yuffi war das. Ich bin nicht mehr zu den Tag gekommen. Unsere Gruppe hat keine Erfahrung bekommen. Unsere Gruppe hat keine Erfahrung bekommen. Ja, dann war das Tagge und so. Tagge ist bei uns. Aber Tagge ist bei uns. Man muss dann uns, glaube ich, mindestens einmal hitten. Und wo ist Seele? Auch bei uns. Auch bei uns. Okay, also haben wir zwei Fünfergruppen voll. Ne, wir sind vier. Einfach schlecht. Einfach schlecht. Ich bin Seele, Yuffi und ich. Wacki bei euch mit drin? Wenn du den nicht hitten kannst, wenn du hinter dem stehst, guck mal ein Stück nach oben. Und da war ja, weil man muss ja aimen. Egal, den nächsten machen wir. Ich bin wieder da. Und stärker bin ich noch nie. Memo. Hallo. Aua. Hast du Leben und Eko? Oma, Ui. Los, pumpen. Ich muss meinen Stab reparieren. Blut. Erdspalter wieder bekommen. Diesmal in... 503. Vorher 510. Können wir die Kiste wieder aufmachen hinten? Nein. Nein, nein, nein. Das vierzehn Stunden noch. Ah, okay. Da wir eh noch 14 Stunden hier beschäftigt sind, können wir den nachher wieder aufmachen. Hallo, Stau für A42 hier. Dreck, wie lange muss man das hier machen, bis sich das erhöht? Das erhöht sich ständig. Du musst nur Glück haben, immer. Also ich bin jetzt bei... Ich habe zum Beispiel Helm eben 533 gedroppt und bin bei AX schon bei 540. Die Liedergruppe ist da. Okay, das war's. Boah, Junge. Gar kein Bock. Wir sind da wieder... Die Profis sind am Berg, Jungs. Hallo, wir sind Casual. Hört auf, bitte. Lass sie doch einfach durchlaufen, Jungs. Lass sie doch einfach durchlaufen. Die gehen in die Arena. Das Problem ist, die drücken einmal Router 1 und dann bist du weg. Ja, wir können auch Router 1 drücken, Junge. Obwohl, die laufen weiter. Ja, aber die haben mehr. Ob ich das Level 52 Fraktions-Equipment oder soll ich direkt auf das 60er sparen? Direkt auf 60 sparen, lohnt sich nicht. Ich würde sowieso von 50 bis 60 Rexxus mit Townboats questen. Ging jetzt um das Fraktions-Equipment oder nicht? Ja. Ja. Ob sich das lohnt, der 52er? Achso. Nee, das 60er. Also wollt ihr jetzt nochmal versuchen? Was denn? Nein, wir hauen jetzt einfach drauf. Gut. Ist hier ein Random dabei? Nee. Wir hauen jetzt einfach drauf. Gut, wenn ihr da draufhauen wollt. Dann habe ich wenigstens immer Loot bekommen. Ich habe so Hunger, Alter. Weil ich Idiot, da schon wieder mittags online kommt. Morgens schon fast. Für mich ist das morgens. Ich habe mir gedacht, ob du um 15 Uhr einfach online gehen wolltest. Das war doch cool. Ja, aber ich kriege das dann nicht hin mit Mittag. Achtung, ich höre mal kurz den an. Vielleicht kommen die ja hier. Bist du dumm? Wenn wir jetzt gleich runter springen, kommen die durch das Tor wieder, ne? Ja, das ist schon wieder, wie ich setze. Ach komm, du Schielz, Junge. Ach komm. Warum lachst du? Ich weiß es nicht. Gewinn du erst mal Football-Spiele. Das ist so random, Alter. Nee, nee, jetzt fangen wir so hier gar nicht an mit dem Hass. Das war richtig. Das hat die ganze Zeit super funktioniert. Jeder hat Bitte und Danke gesagt. Was ist Ori Kalkum? Dembeku ist so wunderbar. Ori Kalkum ist Zungenpiercing. Komm, immer gut gelaunt. Immer nett. Die Deutschen sind immer nett. Die Holländer sind immer nett. Aber die Deutschen machen alles kaputt. Schande, Kaltes. Warum denn Schande schon wieder, Oma? Ja. Das ist der Joker. Wegen mir. Na komm, du. Möchtest du mal sagen, was du alles sagst in Off-Streamers? Ach, lieber nicht. Der sagt das auf Off-Stream. Jetzt aber. Nee, sag ich nicht. Nein, nein, nein. Das kannst du nämlich gar nicht. Dann kommt wieder der Schlittschuhlaufende Säbelzahntiger, Junge. Und disst mich. Wow. Ah, ich hab Loot bekommen. Ich hab mich auch. Alter, ich hab was Legendary. Legendary hab ich bekommen. Legendary hab ich. Ach, als ob du Legendary bekommen hast. Doch. Hab ich auch schon bekommen. Ich hab Legends an. Ich hab Legends an. Einfach unverdient hier. Geert, jammer. Oh, was ist denn das schon? Oh, was ist das denn, Gipi? Achso, die schnallen. Ja, okay. Und ich hab meinen Gearscore erhöht. Ah, wir sind ganz lassen, Bucky. Ich hol dich wieder. Deck tritt sich fest. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Alles gut, Joker. Mir gefällt. Schöne Abwechslung. Jojo, geht mal beiseite, Cashflow-Spieler. Das ist viel Abwechslung, das Spiel. Stell mal unseren Progress hin. Jojo, geht mal beiseite. Ich will drei Wochen nicht duschen. Das ist meine, Eta. Mal witzeln mit dem Eisnerz. Scheiße. DE steht für Tetra Pak, Junge. Ich bief auf dem Server, Junge. Ja, wer ist wieder da drin involviert? Wer wohl? Der Junkie-Pack. Ja, immer. Loot. Typisch Kegleer, Alter. Habt ihr Loot bekommen? Ich hab nichts bekommen. Joop. Ich meine meine Gruppe, Junge. Wer interessiert's für dich? Ich vermisse. Hast du Loot bekommen? Ja, natürlich. Okay. Ich hab auch Loot gekriegt, Jack. Danke. Ich interessier mich auch für dich, Gefühl. Du interessierst mich auch. Hast du vielleicht mal ein paar Preiselbeeren für mich? Junge. Ja, ich brauch Preiselbeeren für kochen. Ihr kauft doch. Nein, 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 nein. Ich weiß ja nicht, wo alles kommt. Ich müsste auf Klo. Ich hab Hunger. Geh doch. Was können wir laufen? Hallo, Mädchen. Nachdem wir hier weg sind. Guck, ich geh jetzt ganz kurz in die Küche. Küche. Was kann ich hier noch machen? Hoffentlich sponnt er jetzt. Einfach kein Lüftisch. Was kann ich hier noch machen? Wo ist eigentlich die Mila? Hier. Stimmt die nicht? Mila? Nee. Die ist unten. Ach, die streamt, oder? Ja. Stimmt die? Ja, ich gucke. Glaubst du schon, oder nicht? Ja. Wenn die unten im Channel streamt die. Ja, die ja. Guck doch einfach mal. Der hat gerade angemacht, ja. Ja, jetzt, ja. Ja. Just chatting. Was sagt die denn? Just chatting steht da. Okay, kommst du nicht durch. Outlast. Das streamt Outlast wieder. Ich hab Angst, dazu zu gucken. Wollt du Angst haben? Mermit, wollen wir uns trinken teilen? Hast du keine Angst vor den Gins, Mermit? Alles, Bruder. Was? Hast du keine Angst vor den Gins und den J-Tan? Doch, Bruder. Achso, an die Gruppe 1. Also an Kürtis Gruppe. Wenn wir gleich wieder hier hochgehen, blockiert mal bitte Gruppe 2, indem ihr da vorne stehen bleibt. Gruppe 2, wenn ihr zuhört, macht das genauso. Ich muss kurz in die Flasche bringen, bin ein Problem. Aber gut. Gruppe 2 ist aber Cashmix, wie die sind alle auf, oder? Ich komme mit der aktuellen Situation nicht durch. Was kicken bei dir das schon wieder, Junge? Junge, ich bin erst so hyperaktiv gerade, Alter. Ich hab übel Hunger, ne? Ich hab so Hunger, Alter. Mein Bauchnabel schon, Breakdancer machen. Oha, pass auf, dein Bauchnabel auf, Alter. Junge, kackt ein Emba, Junge. Warum kacke? Warum? Nein, Mama, ich muss den Gruppe haben. Ich muss den Jerskruppe haben. Ich kann nicht. Junge, die nächsten zwei Wochen hängen wir nur hier ab 24 Stunden. Wenn ich casual genannt werde. Eisenherz, Roland. Das ist mein Herz. Ich reporte dich mit meinem ganzen Kumpel. Wir sind alles super Typen. Du bist jetzt in der 58, geh mal weiter. Nein, stopp! Warte, ich geh mit fett. Hör, Bruder, du drückst 250 an der Bank. Sof, ja. Wer mit? Wer mit? Ja, Bruder. Nichts. Okay. Wo ist mein Loot? Zum Glotzen. Oh, ich habe Loot. Kein Loot. Ich habe Loot bekommen. Scheiße, Scheiße, ja. Scheiße. Blocken. Oh, ist das ein dicker Helm. Einmal noch und dann. Guckt euch mal an wie der aussieht Junge, ich muss switchen auf Muskete. Hier, das ist wieder scheiße gelaufen. Los guys, nehmt ruhig hier. Los, flankiert die linke Seite. Wir brauchen keine Noten. Oha, danke. Wir brauchen nicht die Bässe. Los, wir müssen mehr pushen. Weißt du warum uns auf dem Server keiner ernst nimmt? Weil die uns zugucken. Ja. Zuhören. Ich muss keiner ernst nehmen, Junge. Der Volken ist wieder da. Ist die ganze Zeit da, Junge. Oh. Ist der unten da? Oder muss der wo? Loot. Gib mir die Loot. Oh, ich hab... Also meine Gruppe, blockiert die. Meine Gruppe, überholt sie schnell. Kommt. Ja, Mann. Das ist der Liga. Ja, Mann. Ich hab mich am Tag des Rücken anfesten. Ich werd festgehalten, Mann. Mach dich weg. Mach dich weg. Ich bin Arzt. Lass mich durch. Du bist runtergefangen, Alter. Du ne! Ich komm dir nicht durch. Doch, doch, ich komm da durch. Blockier Jacks. Nein. Doch, ich blockier dich nämlich jetzt. Nein, ich blockier dich. Doch, nein. Ich blockier dich. Guck. Bewege dich mal, Giffy, komm. Mama. Du dich doch. Mama. Ja, ich bewege mich. Komm, Giffy, bewege dich, komm. Ich blockier euch alle jetzt. Was passiert hier, Junge? Du bist doch egal, Giffy. Hey. Haha, Junge. Nein. Einfach Fallrückzieher gemacht. Leer auf dem Wehmannstuck. Wolli genommen hab ich dich. Was warst du? Wolli genommen. Ja, okay. Oh. Oh, dann zeig mal her, hier. Hier kommt keiner mehr durch, Junge. Einen schönen Kampf. Ich wüsste, dass man einfach, wenn man sich hinschmeißt, ne? Dann geht man einfach unter den Typen durch. Genau, genau deswegen haben wir noch keine Stadt. Der war auch lustig. Ich geh jetzt, was du erst mal holst. Oh, Rang 3. Aha. Guck mal her bei mir. Komm her bei mir. Und, komm. Guck mal, Leon, wie ich aussehe, Alter. Wie Prinz. Jammer sieht aus wie Nussknäcke. So, erst mal 20.000, Alter. Auf wen? Auf wen bin ich eilforsichtig? Auf mich wegen meiner Haaren. Hast du nicht ne Glatze, Bruder? Komm, Leon, wir machen mal How much is your Outfit. Nein, no. Hä? Wir machen How much is your Outfit. Okay, fang an. Jörg, was ist das für ein Outfit? Wie siehst du aus, Junge? Guck mal, Giffy. Jörg, der Lern sitzt schon. Hallo, die Cowboy. Siehst du die Federn? Siehst du die Federn in meinem Schulterstück? Ja, ja. Albanischer Adler. Und bezauber. Und der Kopf von mir ist kurdischer Fuchs. Ausgestorben. Was heißt Fuchs auf kurdisch, Mehmet? Revi. Oh, Revi? Hab ich das nicht gestern auch gefragt, und da konntest du mir keine Antwort geben? Ja, Bruder. Deswegen weiß ich das jetzt. Der hat auch gar keinen Bock mit 13-Jährigen zu diskutieren, der hat zwei Kinder, Junge. Wow. Der ist froh, wenn der mal abschalten kann. Wie viel? Ich mag dich. Guck mal, ich kitzel dich auch, Mehmet. Ich kitzel dich mit meinem Hut in der Nase leeren. Maschallah. Maschallah, Brüder. Und das gratis, dafür will ich keine 10k Gold. Mehmet, was ist jetzt eigentlich mit der Kiste? Machst du mir Bruderpreis oder was? Ja, 14.000 jetzt. Junge, übertreib nicht, Alter. Bruder, ich brauch die doch selber dann, oder nicht? Ja, wenn du ein Haus hast, aber du kannst kein Haus kaufen. Warum kann er sich kein Haus kaufen? Der Gold ist am Ende. Wie, kein Gold. Ja, egal. Komm, scheiß drauf. Scheiß auf dich. Oha, wegen der Kiste direkt wieder schreit. Oha, wegen der Kiste direkt wieder schreit. Ich wollte es dem gerade eben geben, Alter. Oh mein. Ey, wo ist die Kiste? Ich hab die zerlegt. Nein, hat sie nicht. Nein, hat sie nicht. Die kannst du gar nicht zerlegen, Junge. Die ist doch weg. Nein, die ist versteckt. Die ist versteckt. Die ist bei dir versteckt. Was kostet denn hier Miete? Was kostet denn Miete? Das ist doch Miete, oder nicht? Steuern. Achso, Steuern meinst du, was für Miete? Holzland. Haus New World in Windsward. Die Hundertbahn, Junge. Große Haus. Da soll ich das Ding reinhaben, die Große? Die Hundertbahn. Ja, das war richtig. Im Windkreis große Haus, große Kiste rein. Ja. Nein. Was zeigt man da Steuern? Nein. Was zeigt man da Steuern? 1.000 Gold pro Woche. Was? Wie viel? 1.000 Gold pro Woche. Für der größte Haus 1.000. Ach, da steht's. Da steht's. Da steht's. Wie war das mit dem Blockieren gefickt? Oh, 1.000. Ey, das schaff ich doch gar nicht, oder? Ey, das schaff ich doch gar nicht, oder? Ey, das schaff ich doch gar nicht, oder? Eigentlich ist es nicht viel, oder? Okay, aber die sind schon lauter in Windsward. Weißt, da ist ja alles zu niedrig. Abgelehnt. Blut. Edle Muschel hab ich bekommen, Alter. Eine edle Muschel. Ficht wa wie mein Auge nach der Disco, oder? Da pfeif ich heute Nacht rein, wenn ich im Bett lieg. Haltest du Chamour, ja? Haltest du Chamour, sagt das. Okay, das war's hier auf jeden Fall, Marc. 515. Konzi Int. Ernte Arbeit. Garten Schuss von Bein... War das ein Beinfeger wahrscheinlich Sperr, oder? Was gibt es denn feines? Oh, jetzt gleich gibt es Dings, Alter. Warte. Äh, Burgerbolts. Keine Ahnung, ob meine Schwester da wieder am Zaubern ist mit ihrem Thermomix. Oh, Beste. Kannst du mal keinen Döner im Thermomix machen? Döner, ich tue nach. Einmal Döner, bitte. Einmal Döner, bitte. Oh, fuck, da war was, da war was, da war was, da war was. Dug, boys. Bye, have a beautiful time. Äh, das Gear skift. Ne, das Gear kifft. Das Gear skift. Das Gear skift. Was haben wir da drin 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 drin? Territory 30, ne, für Dings. Ja, Jungs, guck mal auf meinen Rücken. Was habe ich hier für eine Axt? Nix. Soll das sein, Junge, das ist eine Schaufel. No, er ist voller Perkarbeiter. Aber die sieht cool aus. Schaufel des Todes, Junge. Da kommen die Nächsten. Pass auf, die Profis sind wieder. Oh, oh, das sind die Elite. Schreit die an. Schreit sie an. Nein? Pst, wir müssen uns unterordnen. Jetzt sprechen die Profis. Betatier. Guck mal, so als würdet ihr euch verstecken vor denen. Hinlegen und so. Nö. Ich glaube, ich mache, was du mir sagst. Ja, ist dein Burger in den Halsmaul. Du isst doch selber Burger gleich. Ich habe schon gegessen. Ach so, du hast schon gegessen, ja. Mit deinen langen Fingern regeln. Den kannst du wieder aufmachen. Hä, du magst sie doch. Hallo, kann du bitte machen deine Porto, Mann? Ja. Und du bist mit dir gut bei mir. Ich weiß gar nicht, warum er immer sagt, er ist so unlustig. Der Mehmet ist doch ganz lustig. Nein, Bruder. Du, lass das doch immer hinter seinem Rücken, Alter. Ja, das passiert. Ist nicht schlimm, Bruder. Ja, das will uns noch jemanden aufwärts. Meinst du? Ja, entschuldige. Machen die alle, ne? Wir sind Bruder. Ja, Mann. Wie, dann machen die alle Wüsten, du rettisch was? Ey. Oh, scheiße. Was? Entschuldige dich. Entschuldigung. Oh Mann, jetzt kommt ein öffentliches Statement auf Twitter. Was hast du gerade gesagt? Oh, ich habe Angst vor Tama. Ey, Junge, was ist mit dir, Alter? Der ist ein Armer, Junge. Kenn ich nicht. Alter. Tama, was gibt es zu essen? Hast du gezaubert? Junge, ich lande ein Hit, aber ich kriege keinen Loot. Was isst du gerade so schön? Junge, wer blockt denn hier? Ich möchte mich entschuldigen, hat mich auch beruhigt. Nein. Nein, die Katze ist zu spät. Äh. Haha. Die Junge, Scheiße. Ich meinte Armer 4. Das Spiel. Achso, ja, ganz easy, Bruder. Wegen dem Buggy. Okay. Ja. Katze, was los bei dir? Ey, diese Katze, ne? Bruder, die will zuneigen. Geh doch hin. Wolle, dann hol die doch ab. Ehrlich? Ehrlich? Würdest du die wegnehmen? Haha. Bruder, ich habe so ein Problem gehabt. Frau sagt, hol Fische. Der Sohn will Schindkröten. Die Tochter will eine Katze. Aber ich sage, oh, scheiße, kann ich gleich so auf. Oh, scheiße, kann ich gleich so auf. Wolltest du dich auch nochmal einen Tiger kaufen? Ja. Haha. Ja, war der Edel. Achso. Sein Tigerzug wollte er machen. Sag mal, irgendetwas stimmt da nicht. Ich habe, glaube ich, irgendeine Scheiße gebaut gerade. Vorsicht. Ich muss da wieder in die Uni rein. Hm. Au boah. Kein Loot. Loot. Oh, komm. Na, bleib unten leer. Habt ihr schon mal hier einen Rapier oder so getroppt bekommen? Ja. Okay. Und eine Nagelfeile. Das war anscheinend nicht lustig. Das ist sehr sauer. Bruder, es geht hier nicht darum, Epics zu formen, ne, die ganze Zeit, sondern hier ist gott. Ja, du holst, ja, du holst Pus. Einfach muten. Wenn du mit einem diskutierst, einfach muten oder nicht zuhören. Das ist das Beste beim Machtkampf im Blutdruck. Boah, 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 boah. Wir haben alle gerettet. Rette mal deine eigene Säge. Ey, wir haben dir geholfen. Ey. Nimm es an. Beim nächsten Mal unterscheid ich dich. Ich teile Klupe. Boah, das war der Terminator. Hast du gehört, Tephi? Ich würde auch passen. Hör du die Nächte. Boah, warte, ich habe ein bisschen Angst. Ja, Mehmet, hält meine Hand. Ich bin da. Doch Jack gewesen soll. Mehmet, wo tust du die Hand hin? Hey, hey. Boah, hast du das jetzt gesehen? Lange. Wer holt dir nicht die Tomaten vom Döner? Boah, war das jetzt rassistisch? Oder fühlst du dich angegriffen? So mit kurdischer Herkunft? Nein. Habe ich deine Erlaubnis, einen kurdischen Charakter im IP zu zocken? Ja. Oder schreibst du deinen Sponsor an? Aber der muss einen richtig schönen Schnurrbart haben, bitte. Okay. Lass mal Güfi tun. Güfi hat keinen Welpenschutz mehr, der geht bald zum Bund. Ich habe noch Welpenschutz. Naja, hast du nicht? Doch. Nein. So muss sein, alles für Deutschland, mein Freund. Nachdem du dreimal 18 geworden bist, schon lange nicht mehr. Oh, der war auch ganz, ganz, äh, au. Ja. Du hast noch nicht gemutet gewesen. Bye. Have a beautiful time. Maki, danke schön für die WeSup im 36. Oh, schon 36 Monate Deutsch. Gar nicht. Dinge, die im PS geschrieben werden. Neuer Twitter. Ja, wenn der Lucky jetzt sehen, wird alles wieder Upscreen. Wird alles wieder auf Twitter landen. Ja, kannst du eine Malboro verschlucken. Boah, der, wow. Kurz, wenn man eine ganze Malboro inhaliert. Aber mental. Mental? Ich würde sagen, let this go. Indem ihr mal helfen, ich suche meine Kontaktlinse, Alter. Junge, jetzt zum Maul. Was kickt mit dir schon wieder? Ich habe Hunger, Alter. Ich habe übel Hunger, Junge. Ja, ich dachte, äh, Schwestern hat wieder was gemacht. Ey. Ich habe Loot. Oh, nein. Ich bin stuck. Lüge? Fälle? Oh, Ice-Ground. Stuck, der Tagebuch. Liebes Tagebuch. Ey, eigentlich sollte ich doch das Syndikataufstück zum Alchemisten zur letzten Stufe schaffen, oder? Junge, man kann sich ja so durch Dings porten, nicht. Ja, klar. Ja, gefährt Level 8, bin ich. Einfach unstuck, Bruder. Lüge, 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 Lüge. Lüge, 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 Lüge. Ich habe was bekommen. So für eine 15er-Eisgotte mit Indokonsti. Weniger Bedrohung beim Kritschstoffverhältnis. Leerkogen auch. Komm doch, meine Maske an. Komm doch, wie das aussieht. Das ist ein Sprit mit Schaufel. Komm mal, Leon. Was, was, was? Meine Maske. Oh, Junge. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, Mann. Der fasst auf, wie der Next-Perle. Da hast du aber recht. Hier. Ich sag, ich sag. Nee, komm her. Komm her, Nade. Nee. Küsst mich jetzt. Was meinst du, warum ich die Schaufel dabei habe? Boah. Was? Ja, überhaupt. Sag mal, kann mir jemand 15.000 Essens? Äh, nein. Was? Essens? Was bin ich? Elite, Leute. Okay. Hallo? Ja, ich kann halt nicht reisen, Bruder. Ich laufe von links oben nach rechts oben die ganze Zeit. Wie so ein Vogel. Ruhmlerfüllung verdient. Ja, Mann. Komm mal. Hallo. Hallo, tauschen Sie dieses Schwert gegen 100 Schneekels. Schneekels. Irmberg. Du, der macht mal nur... Oh, ey, hier ist ein Gang mit... Timor! Timor! Booster mit Gliedschirm. Er ist bei mir in der... Achso, ich dachte, der wäre jetzt hier, wo wir sind. Nein, nein. Oh, geht's, Timor. Was hat der Timor-Level-Up? 48. So, dann müssen wir mal hier weitergucken, ne? Du fährst immer noch nicht vorherig, keine Rechte, nein. Was? Was laberst du? Will ich? Das ist ein neuer Lein. Brauchst du 10 mal Level 60er? Gib mal Zeit und Lust, musst du einen 64er Elite im Elitegebiet killen? Hä? Ja. Frag mal, ob er noch eine Fußmassage will. Fasern. Was ist ein Fasernzonen? Alter. Ne, 10 Level 60er. Ja, aber warum 10 Stück? Weil das vielleicht zu schwer ist? Also, vorhin haben wir 64 Elite mit 4 gemacht, ne? Ja, aber was laberst du da? Wie, was? Wie, was laberst du da? Ich will in die erste Indie rein. Ja. Aber da musst du die Mainquest machen, damit du einen Key kriegst. Das ist es selber, gell Scheiße? Ja, da steht der Suche, in Arnheim Ausgrabungen nach dem Herd zu wählen. Aber das ist ja die Scheiß-Expedition hier. Experiamus. Und einen Arzog-Stand hab ich auch durch die Dings bekommen. Ich krieg schon wieder nur diesen Bullets-Zone-Müll. I don't understand this. Ja, aber wenn der höheren Gearsquad hat, ist gut, Biffi. Um 109. Dann ist Müll. Chat ist müde. I don't understand this. Morin. Hi. Au rei. Dilifu. Einmal bitte Toshimidi. Wohlmüde, du hast mich gebohrt. Irgendwie droppt hier gerade nix und doch mal Platz da. Was macht der denn los? Okay, nice. Oh mein Gott. Lugna, ihr seid Lugna. Hör auf! Warum? Ich komme damit nicht klar. Ich komme damit nicht klar, Sorte. So. So, wo ist das hier? Ja, bereit. Hallo, Mimik. Ja? Hallo. So, was brauchen wir hier? Okay, das ist aber auch blöd, ne? Oh oh, Black Screen. Ich tausche Haltränke und Regenerationstränke gegen Healtränke. Haltränke und Regeneration gegen Heal? Mana, ihr Mimik, was verbesserst du mich, du Kleiner? Ich habe ein Bock auf Pommes unter den Armen. Haha! Das war nackt! Warum hast du eigentlich hier Titel Spurenleser? Jetzt habe ich Loot bekommen. Jetzt habe ich auch Loot bekommen. Warum nicht? Black Screen, Alter. Was ist mit dem Spiel? Den bekommst du von heute, glaube ich. Komm, hier mehr Musketen als alles, mal. Guck mal, ich will da nochmal, das viel ist um Gearscore zu pushen, ne? Ja, ja, ja. Wenn du Glück hast, findest du krasse Sachen. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber Gearscore wird gepusht und dann gehst du 60er Instanz und dann droppen da auch heftige Sachen. Ich würde gerne Lifesteps finden, um da den Gearscore zu pushen. Anstatt Mosketen, das meine ich. Ah, warte mal. Hm? Du pusht doch den Gearscore overall, nicht nur für eine bestimmte Sache, Nate. Also ich glaube, unsere Gruppe macht keinen Damage. Oder habt ihr Loot bekommen, Jamal? Ja, hab ich. Okay. Ne, ne, der Gearscore zählt overall. Du pushst nicht den Gearscore nur für eine bestimmte Sache. Nein. Puscht die für einzelne Sachen, oder nicht? Also, okay, das weiß ich gerade gar nicht. Soweit ich weiß schon, ja. Für jeden, äh, für jeden Slot einzeln. Für eine Chest, für den Kopf, alles einzeln. Du musst das alles einzeln finden. Hier ist was Slot-Based. Hm. Ach, Mann. Ja, aber selbst wenn er Slot-Based ist so, dann zählt er auch eine Muskete unter Waffen. Genauso wie der Heelstab. Denn... Ja, Waffe ist Waffe, ne? Ja, okay, ja. Dann ist gut. Oder zählt er nur für Axt, für Axt? Da bin ich mir unsicher. Ne, ich hab grad schon eine 525er Dings bekommen, Alter. Ich hab einen 510er Bogen schon gefunden. 515er, ähm, Ice-Goundlet. Ja, 515er ist, äh, Improvement. Jede Waffe einzeln. Ich glaub, das ist nicht für jede Waffe einzeln. Das wäre, würde ja ultra lange dauern. Du brauchst ja allein ein Jahr, um Gearscore für alles zu pushen. Glaub ich nicht, dass das so ist. Ich glaub, das ist ein, ein kompletter Wert. Guck mal. Bei den höchsten Lifestead, den ich jetzt hatte, war 520. Davor 505 und 515. Muskete geht auch Step-by-Step höher. Wenn ich jetzt eine 520er Axt finde, dann zählt das für jede Waffe. Nein, nein. Ich glaub, du lügst auch. Guck, ich spiel nachher einmal das Doktor Lupo Video. So. So, dann. Kommt, ich muss die Waffe haben. Ich hab's nicht gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Jetzt mal so ein paar Mal. Ich hab's nicht gewonnen. Aber wie ist das so ein paar Mal. Ja, ich hab's nicht gewonnen. Was ist das Ding hier? Eigentlich kann man auch mit zwei Fünfergruppen kann man nur durch die kompletten Elite-Gebiete ficken, ne? Jo. Ich brauche was zu essen, bis gleich. Ne, keine XP, kein Loot. Ich habe XP, ich habe Loot. Ihr müsst ihn einmal hitten, damit er Loot kriegt. Ne, ich habe den schon ein paar Mal gehittet und habe kein Loot bekommen. Ja, ich glaube, damit überhaupt die Chance ist. So mein Schuss. Nope, wir haben keinen Sinn. Weil jedes Mal, wenn ich ihn nicht gehittet habe, habe ich nichts bekommen. Und wenn ich ihn gehittet habe, habe ich nichts bekommen. Grüße, Bergy. Oh mein Gott, ich bin da runtergefallen. Der hat schon wieder nichts gedroppt. Ich habe einen Live-Soft bekommen. Wo geht's? Von Flavor Live, danke für den Weissabend im sechsten Monat. Wie cool sieht das Schild aus. Hallo, ich bin runtergefallen. Wie cool sieht das Schild aus. Wie cool ist das Schild aus. Chat? Chat, hallo? Hallo, Chat? Hallo, hallo? Nö, wohl. Ich werde jetzt gleich essen gehen und dann mache ich aus. Dann hoste ich Mila, die zockt Outlast 2, wenn ihr Bock habt, dazu zu gucken. Ich glaube, das ist ein bisschen spannender als das hier, was wir gerade machen. Bedasa, danke schön für den Weezub im siebten. Noch keiner da ist. Keiner da. Alle nur warten, ja? Resident Sleeper auf EP. Aber ist nicht so schlimm. Wer will, kann schon zu Mila rübergehen? Mega exciting gerade. Das ist halt MMO, ne? Das ist halt... Wenn nicht, wartet noch eben. Bergi, danke schön. Ebenfalls für den Weezub im zweiten. Und Zeiss TV, danke schön für den Weezub im neunten. Baby, geschreibe, wegen neun Monaten und so. Stimmt. Könnt ihr bei Mila noch zugucken. Oder zu einem anderen Sprügel natürlich. Oder ihr geht auch was essen und chillt. Beklopp jetzt noch einmal den Boss hier und dann... Gehe ich essen, weil ich habe echt Hunger. Ich habe richtig Hunger. Vergrüße dich bei Mila. Guckt er gleich auch nebenbei zu. Und dann geht's mit Mila. Okay. Okay. Oh, ich gebe dir mal den Gleichen hier. So. Hallo, Chat. Hallo. Ist denn überhaupt noch wer da? Ist keiner mehr da? Ich bin runtergefallen. Hi, na? Hi. Ich sag danke für heute. Ich küsse eure Herzen. Danke für den Support. Bleibt gesund. Ich schicke euch zu Mila. Bitte lieb sein da. Wir sehen uns nachher wieder. Und ansonsten ingame beim Farm oder whatever. Schlaft später alle gut und lasst euch nicht anquatschen, okay? Bye-bye. Warte mal. Great. Oh. Mauli, danke schön für fünf Gifte. Zapp noch. Merci. Danke schön. Ich bin Raid Pommers. Guckt bis in Horror Games. Das ist, äh... Das ist besser. Bitte kurz danke schön, Mauli. Wenn ein Bekommt. It's Eric. Der XOJ1. Lune. Jevalus. Und Ali. Bye-bye. 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 Bis nachher. Tschüss. Bye-bye. ... Vielen Dank.